Und ganz, ganz herzlich willkommen zu eurem absoluten Lieblingspodcast, der nicht mehr alleine ist, weil wir jetzt wunderbare Verstärkung dabei haben. Und mit wir meine ich den lieben Max, mich, den Julian und unsere allerliebsten Kollegen. Und ja, irgendwie seid ihr jetzt unsere Gäste, aber irgendwie sind wir auch bei euch. Irgendwie ist es ein Zeitparadoxon, aber passt ja auch ein bisschen ins Thema. Jo, Paradoxon, ja, kann man so sagen. Stellen wir uns doch selber vor, wenn die Gastgeber schon so großzügig sind. Da hier ist mein Kollege Jabba und ich bin der Irm von Adeptus in Ebris und wir heißen euch zu unserem Podcast herzlich willkommen. So, jetzt haben wir beide Kanäle befriedigt, oder? Ja, Mann, ja, Mann, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss, eine weitere Folge. Sehr geil, ich freu mich riesig, ey. Ja, wir sind wieder da, aber warum eigentlich? Warum sind wir heute da? Nun, letztes Mal, als wir uns in dieser illustren Runde zusammengesetzt haben, haben wir ja über einen bestimmten Gott gesprochen und Irm, was machen wir denn heute? Ist dir eingefallen, dass ich das ankündigen sollte? Genau, ich habe gerade losgelabert. Du weißt, wie... Wer will ich? Gülle, nein! Das war wirklich so ein Stück vor der Wand, hat er noch die Kurve gezogen. Wir reden heute über den Zweiten. Die haben wir einfach aus dem Topf gezogen. Es gibt keine Reihenfolge bei den Warp-Entitäten, bei den vier Großen, über die wir uns in dieser Serie unterhalten. Heute reden wir, ihr habt es richtig am Titel erkannt, über Korn. Ja, wer sonst sollte uns von Korn erzählen als Jabber, der Hobby-Koleriker und stets... Spring euch alle um! Spring euch alle um! Stets gewaltbereite und ausgesprochen ehrenvolle... Moment, das ist der eine Punkt, der nicht so ganz passt. Ja. Hm. Jabber. Wo wir gerade bei Korn sind. Ja. Ich habe hier Korn stehen. Geilo. Ich bin dafür, dass wir, bevor wir irgendwas weiteres hier besprechen, eurer Tradition frönen und einfach mal... Ja. Wie sagt ihr immer? Öffnen? Öffnen! Herr Kapellmeister, wir öffnen! Ja, was habt ihr denn für Getränke? Das müsste ich jetzt auch nochmal wissen. Für meinen Seen heil. Also, also. Ein Feltinspilsner. Hm. Äh. Ja. Das ist das klassische Schalke-Bier. Ja. Und ich suche es Haus. Äh. Auszeit ist der Name. Auszeit wie Auszeit. Und das ist das Schweizer Bier. Das Bierli. Im V. Ich habe mich immer gefragt, ob... Also, ganz ehrlich, ist ja so euer Podcast. Kurze, fachsimpel-Frage. Machen Schweizer gutes Bier? Habe ich nie drüber nachgedacht. Schweizer können, also Deutsch-Schweizer vor allem, können gutes Bier brauen. Ja. Definitiv. Ich musste allerdings ein bisschen suchen. Das muss man einfach zugeben. Ähm. Ja. Also, in Deutschland hat ja jedes Kaff seine kleine historische Brauerei, mehr oder weniger. Und das ist in der Schweiz nicht unbedingt so, aber die haben wirklich ein, zwei Anständige. Ich finde Auszeit mega geil. Da säufst du auch für den Schweizer Wald, statt für den Regenwald, wie bei Kronbacher. Ja, da gehen fünf Rappen pro Dose an die Wälder. Das ist schon mal nice. Und da kannst du guten Gewissens saufen. Nein, das schmeckt gut. Hm. Das ist immer gut. Ja, ich hab hier natürlich, wie ich gesagt habe, zum Thema Korn, ein Korn vor mir stehen. Du gewinnst heute das Internet, Mann. Ohne Scheiß. Ja, auf jeden Fall. Und, naja, für später halt noch so ein kleines Fläschchen Mead, ne? Boah, ich hab grad gedacht, du sagst dir später auch so ein kleines Fläschchen weiteren Korn. Große oder kleine Flasche? Ich rede jetzt übrigens nicht von so einer fetten 07er-Flasche, ja? Also so ein kleiner Schotter. Also wenn, dann schon ein Liter, ne? Wenn, dann schon ein Liter, ja, ja, ja. Oder die großen, die richtig großen Flaschen für die Bars und diese 5-Liter-Dinger. Ich dachte schon, du warst bei der Tanke und hast dir so eine Ampulle Penner-Diesel geholt, weißt du? So an der Kasse. Ja, ja, genau. Da muss ich immer einen... So eine Maurerbombe, so eine richtig geile. Ich finde die Namen wunderschön, die man, die verschiedenen Leute für diese Dinger haben. Und wir wissen immer genau, was gemeint ist. Penner-Diesel, klar. Da muss ich immer an meinen Kumpel Toni denken. Ich glaube nicht, dass der uns hört. Aber trotzdem, selbst... Also wenn, dann schau doch hier. Immer, wenn ich mit dem auf dem Festival fahre, frage ich ihn so, und was trinkst du so? Also jeder hat so Summerspeed, dann hast du da Bier in sämtlichen Ausführungen. Keine Ahnung, so viel Schnaps. Und er guckt einen halt immer an. Bam, es knallt einmal. Flasche Fanta. Bam, es knallt ein zweites Mal. Sein Becher. Bam, drittes Mal. Flasche Korn. Alter. Arbeiterklasse. Richtig. Ja, nonstop, der kennt da gar nichts. Und ich habe den wunderbaren, selbstgemachten Met vom lieben Roman, den er mir zu Silvester mitgebracht hat. Oh. Gut, ich glaube, das ist... Ist das Anis? Ich bin sehr unsicher. Ach du Scheiße. Es ist... Schmeckt es nach Uso, dann ist es Anis. Nee, es ist so... Ja, genau. Anis ist das Gewürz, das nach Uso schmeckt, Jabba. So rum geht es. Korrekt. Ja, genau. Richtig. Okay, ich scheitere ein bisschen drauf, das zu ermitteln, weil es ist halt irgendwie Honig, aber es ist auch noch irgendeine Kräuternote da drin. Ähm. Aber wir haben gemerkt... Ja, Jabba hat es nicht so mit dem Nachdenken, sondern eher mit dem Durfhauen. Demzufolge würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Ja, Prost, die Herren. Prost. Prost. Cheers. So, zunächst ein Zitat. Was war das Zitat? Wisset... Ach, halt das Maul. Ist schon aggro. Wisset die... Der kam zu gut. Zum dritten Mal. Wisset dies. Was kommen wird, ist nicht mehr einfach nur Krieg. Es wird eine nie mehr endende Opfergabe in seinem Namen sein. Blut für den Blutgott. Lass die Galaxie darin ertrinken. Krull, Warlord der World Eaters. So ein bisschen spartanisch, ne? Wie so ein echter, lacke Daimonier, der einfach nicht zu viele Worte verliert, weil das Zeit ist, die man verschwendet, statt Schädel zu zertrümmern. Wollt grad sagen... Genau, ich hab mir auch schon überlegt, ob ich gar kein Zitat am Anfang vorlese, weil es ist eine Kornfolge. Es ist dumme Rum-Intellektualisierung, hier ein Zitat zu bringen. Ich hab eigentlich erst gesagt... Das ist doch einfach schüttende Scheiße. Ja, das hab ich auch gedacht. Und ich muss sagen... Ich find, das Zitat klingt einfach so... Nein, wir machen keinen Krieg. Wir machen einen Superkrieg. Zwei. Ja, genau. Ja, Mann. Gut. Ja, grundsätzliches Korn, wir wissen's alle, der Blutgott, der Herr der Schädel, der Herr des Zorns, er hat verschiedene Titel, der ist der Chaosgott des Krieges, des Hasses, der Wut, des Zornes, des Blutes, dann interessanterweise der Kriegerehre, haben wir schon öfter drüber gesprochen, ne? Der Stärke und des Mordes, das sind seine acht Aspekte. Acht, auch eine interessante Zahl im Kontext von Korn, da kommen wir auch nochmal später drüber drauf zu sprechen. Genau, aber das ist so grundsätzlich, sag ich jetzt mal, sein Interesse. Wie passen das zusammen? Ich mein, auf der einen Seite Mord und auf der anderen Seite Ehre. Ich mein, wie kann ich jemanden ehrenvoll ermorden? Von vorne. Ja. Ja. Ist es dann doch Mord? Ja, klar. Natürlich, also du kannst jemanden, also Totschlag ist ja, wenn jemand aus dummen Umständen drauf geht durch dein Handeln, aber du kannst jemanden ehrenhaft ermorden, du kannst hingehen und sagen, so Kollege, wir duellieren uns jetzt, hast deine Schlachten-Axt in der Hand, wirfst ihm das Taschenmesser zu und zack, Duell und dann bam, gib ihm. Genau. Ja, und ich mein, wenn er das Guell gewinnt, Alter, dann hat er es verdient. Exakt. Aha, das ist die Methode mit dem Löffel und dem Flugzeug, ne? Aber ja, ganz kurz nochmal, die Achtfaltigkeit, die, da müsst ihr uns mal informieren, ist die bei allen Chaosgöttern tatsächlich präsent oder? Nein. Das ist jetzt wirklich so ein Korn-Ding. Max, willst du? Na, jeder hat ja so seine, seine Zahl, sag ich mal, seine heilige Zahl. Das ist richtig. Tolle Zahl. Warum auch immer er sie hat, ist er erstmal egal. Mordu steht auf Primzahlen offenbar. Ja. Drei ist einfach sein Ding. Richtig, genau. Und es gibt, also das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Drei und sieben, weiß ich mal, der hat zwei Zahlen. Das ist jetzt aber so, wirklich, nehmt das mal mit einem Körnchen Salz, also auch ihr Zuschauer, weil folgendes. Es gibt vier Chaosgötter. Die Lore ist aber ein bisschen schwierig. Wir haben ja schon gesagt, die Zeit im Warp ist keine Linie, sondern eher ein Ball, könnte man sagen. Oder so aus Kniete. Keine Ahnung. Also nicht linear, einfach gesagt. Wir gehen auf das Thema, da sind wir in der letzten Folge über Scene sehr, sehr eingegangen. Kurz gesagt, es gibt vier Chaosgötter, es gab immer vier, würde aber einer dazukommen, gäbe es immer fünf. Und es hätte schon immer fünf gegeben. Jetzt, Achtung, Spoiler für Siege of Terror, der Plan, so scheint es zumindest, der Chaosgötter, war wohl gewesen, einen von beiden Horus oder den Imperator zum fünften Chaosgott, dem sogenannten dunklen König zu machen. Der dunkle König ist wohl eine Legende oder Überlieferung oder Entität, die es immer gegeben hat, die immer im Schatten des Universums lauert, so gesehen, irgendeine Rasse wird den irgendwann erschaffen. So. Man könnte jetzt noch reinbringen, das ist ein achtzackig, es gibt den achtzackigen Chaosstern. Genau. Der ja ein universelles Chaos-Symbol ist. Und das ist jetzt aber wirklich so, Queller, vertrau mir, Bruder, habe ich mal gehört. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieser Dämon Samus, den man aus der Horus Heresy kennt, also dieses Vieh, was wirklich aussieht wie ein Teufel, ein Dämon des dunklen Königs und gar kein Dämon von Korn oder sonst wie. Und es ist im Bereich des Möglichen, dass es gar keine vier Chaosgötter sind, sondern acht. Und da könnte man den dunklen König mit reinziehen, wenn man will, den Gottesstreiz, Malal, Malice oder ... Den wollte ich auch nochmal ansprechen, das ist ja altbackene Lore, die mehr oder weniger so halb ins Regal wieder zurückgestellt wurde mit Malice oder Malal. Aber da können sie ja nichts für. Ja, eben. Dann haben wir noch Vashtor, der einer werden will, etc. Also, wir haben eine unheimliche Dynamik. Ich habe jetzt für mich was beschlossen. Es sind die vier Chaosgötter mit ihren jeweiligen zweiten Aspekten. Die sind ja immer zweigesichtig. Weißt du? Korn, auf der einen Seite krass Leute fertig machen, auf der anderen Seite Kriegerehre. Ja, Zinj auf der einen Seite halt so voll, boah, Hinterlist, Chaos, etc. Auf der anderen Seite Wissen. Ja. Und wenn du das zusammenbringst, diese Ambivalenz eines jeden Chaosgottes, der durchaus potenziell positive Seiten haben kann, dann hast du deinen achtsackigen Stern. Finde ich eine total tolle Theorie. Also, würde auch so mitgehen, aber der dunkle König berichtet es meiner Meinung nach sofort. Es gibt ja auch wirklich noch alt ... Also, der Punkt ist daran. Ich glaube, eine endliche Aussage können wir nicht treffen, endgültige meine ich, weil GW alte Konzepte Stück für Stück mit reinbringt. Also, zum Beispiel, wenn du das kennst, die Sensei, die Kinder des Imperators, wurden jetzt auch mal wieder erwähnt. Oder, dass sie diese ... Auch das Prinzip der Sensei so ein bisschen auf die Perpetuals umgelegt haben. Also, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie irgendwann so was wie Malice wieder aus dem Hut ziehen, aber das heißt dann halt anders. Ich glaube im Kern, dass der Jabba mit seinen ... Mit seiner Folge weitermachen kann. Ich glaube, der Kern ist einfach, dass die GW-Lore ... Und das ist einfach das Kreuz von uns Lore-Podcastern. Da sind wir alle Gebetsschwestern, die das Leid kennen des anderen. Die Lore ist wie der Warp selbst. Das verschiebt sich. Das ist dynamisch. Das ist Wandel unterlegen. Also, was soll's. Aber ich wollte mal eure Gedanken zum Chaos-Stern und der Zahl 8 allgemein haben. Aber Korn hat eine spezifische Beziehung zur Zahl 8. Ja, es ist so geil. Ihr habt gerade so tief darüber philosophiert. Und dann ist mir eingefallen, was im Lexikanum dazu stand. Und dann hab ich mir gedacht, dööö. Wieder so dieser Derp-Shit, der da drin steht. Eure Erklärung war sehr nachvollziehbar. Im Lexikanum steht, Korn hat die Zahl 8, weil er am nächsten an reines Chaos kommt von allen vier Chaosgöttern. Deswegen bekommt er die Zahl 8, weil 8 ist auch die Zahl des Chaos. Was ist das für eine scheiße Erklärung? Und vor allen Dingen, was soll denn reines Chaos sein? Ja, ernsthaft. Also, wenn, dann wär's mal A. Und zweitens, aktuell wär's für mich Cinge. Ja. Naja, aber das war die Erklärung da. Und ich fand das halt so geil gerade so in meinem Kopf. Weil das hab ich da gelesen und hab gedacht, okay, das ist ziemlich cool shit. Ja, wir schreiben besser als der Mist, der im Lexikanum vergammelt seit Jahrzehnten. Ach, ganz ehrlich, wenigstens haben sie Sachen mit den Mittelaltern zwischen geradconnt. Oh, da bin ich so froh, ey. Ja, äh, genau. Also, die, äh, Zahl 8 ist bei Korn allgegenwärtig. Man weiß aber nicht genau, warum. Das ist einfach so. Er hat seine 8 riesigen Türme um seine Messing-Zitadelle. Wenn ein Korndämon stirbt, muss er 8 Aufgaben im Warp erledigen, bis er wieder ins Materium geschickt wird von seinem großen Daddy. Ähm, die 8. Welle eines Kornangriffs ist immer die stärkste, jada, jada, jada. Seine Armeestruktur ist immer in 8, dann unter Multiplikatoren von 8 aufgebaut. Das ist so ein bisschen wie das Nörgel-Ding auch, ne? Man kennt's. Das ist, äh, schon bekannt bei den Kornkern. Ich liebe die Zahlenmagie bei 40k, weil das ganz, ganz stark in, äh, Real-Life-Okkultismus reingeht. Sie kann aber auch relativ schnell ins Lächerliche, äh, kommen. Äh, ich hab da nämlich ein lustiges Beispiel, ähm, für die Reinkarnation von Korn, äh, von, von Eingron. Okay. Ich weiß nicht, ob du da nachher dann nochmal drüber redest. Ähm, Akt, in der aktuellen Lore ist das so, dass der sich nach genau, also genau an der selben Stelle, wo er gebanished wurde, nach 8 Wochen, 8 Tagen und 8 Stunden dort wieder reinkarniert. Und jetzt dämen wir mal kurz darüber nach. Nach 8 Wochen und 8 Tagen und 8 Stunden. Ja, dann hast du mehr als eine Woche. Äh, mehr als 8 Wochen. Richtig. Ja. Ich würde da so denken, hä? Ja, aber wenn du's... How dare you? Das gibt so null Sinn, aber, äh, ja, du kannst dir dann relativ schnell ins Knie schiefen. Ja, aber wenn du's, wenn du's segmentierst, weißt du, also, da sind wir jetzt halt wieder bei Dämonen-Shit. Für uns ergibt es keinen Sinn, weil wir mit einer sehr, sehr klaren, geradlinigen, äh, Mathematik da rangehen. Ich glaub nicht, dass okkulte Zahlenmagie mathematisch erklärbar ist. Ich zerschieß euch das jetzt ganz einfach, indem ich einfach sage, Zeitrechnung ist im Universum sowieso schwierig, weil man ja nicht sonst in teheranischen Standardtagen rechnet. Ja, dann ist es ja sowieso für einen Arsch. Eben. Ja. Das ist richtig. Ja, eben. Aber es ist... Das ist doch... Dann kann man's lassen auch, ja, klar. Gut, mehr Hass, los. Hass! Genau. Ähm, unter den Anhängern, den Okkultisten des Korn gibt's auch den Glauben, beziehungsweise, wie soll ich sagen, so ein apokalyptisches Versprechen, dass, ähm, nachdem acht große Zeitalter des Krieges vollendet sind, welche das auch immer sein werden, das wird nicht so richtig spezifiziert, ähm, wird Korns Blutlust endlich final gestillt, und zwar in einem apokalyptischen Krieg, der alles verschlingt. Kann man so ungefähr sagen, als Achterkrieg. Ne? Da ist auch ein Grund, warum die, die Anhänger des Gottes Korn sich eben achten, gerne mal auch in die Haut ritzen, beziehungsweise rein tätowieren, und da muss ich direkt an so Basic Bitches denken, die so Unendlichkeitstattoos haben, ja. Und quasi eigentlich auch wie Anhänger des Korn sich die Tattoos da stechen lassen haben. Ja. Aber auch interessant. Ja. Äh, das zeigt, dass... Was haltet ihr von dieser Profitzeile? Das beweist mir, dass die 13 Kreuzzüge eigentlich voll lasch waren, ne? Weil das waren keine acht Zeitalter des krassen, äh, Blutvergießens, das heißt, Korn hat Größeres vor. Ja, ja, also Korn hat schon einiges vor anscheinend, außer natürlich, das ist eine Zusammenspinnerei seiner, seiner Gefolgsleute, das kann auch sein. Weil ich mein, der redet ja nicht mit denen, die sind dem ja völlig egal, hauptsache das Blut fließt, ne? Das ist auch so ein Ding, also, ich finde, die Kriegerehre, ähm, je mehr man über Korn recherchiert und sich da so ein bisschen tiefer in die Materie reinarbeitet, desto mehr fällt auf, dass es ihn eigentlich gar nicht so wirklich juckt, ob jemand ehrbar kämpft oder nicht, das kann man so ein bisschen als Vorbehalt der Sterblichen sehen, warum sie Korn folgen, ohne dass es jetzt wirklich ein Aspekt ist, der ihn so sehr jucken sollte, wenn ihr versteht, was mein Verständnis davon ist. Ne? Äh, Korn kriegt keinen Halbsteifen, wenn du ein Exterminatus durchziehst. Aber wenn du in Handarbeit da runter gehst und die Leute wirklich, ne, mit eigenem Muskelschmalz fertig machst, dann ist das geil. Ich glaube, Korn sitzt auch einfach immer da und wenn du dann da runter gehst und übelst mit Muskelschmalz Leute abschlachtest, denkt man, denkt er sich, das ist mein Junge, aber wenn dann jemand anderes eine Schaufel nimmt und dich übelst abschlachtet, denkt er sich, aber das ist halt auch mein Junge. Ja, sicher? Ja, ja, logisch. Hauptsache Nahkampf. Also das ist auch so eine Unterscheidung, die man da treffen kann, wenn man irgendwie die Gunst des Korn erringen möchte. Ähm, je weniger psionisch und je weniger fernkampfmäßig das abläuft, desto mehr befriedigt das Korn. Ähm, und desto wilder es halt auch einfach ist, ne. Also da kann man wirklich, äh, sagen, er mag Mut, weil Mut auch beinhaltet, dass man eben in den Nahkampf geht, ne. Nicht Mut an sich, aber auch die Aktion, die aus Mut dann folgt. Ja, ich denke, bei dem Thema Chaosgötter, da haben wir es immer mit Absichten und mit Emotionen zu tun. Und deine Emotion als Scharfschütze, der auf Kilometer entfernt Leute wortwörtlich ausknipst, ist was anderes als ein Kettenschwert schwingender Kernassi im Getümmel zu sein. Das hat ne ganz andere Resonanz mit dem Warp. Und so können wir uns Korns Vorlieben, glaub ich, erklären, oder was meint ihr? Ja, ich, also, also ich würde halt sagen, also ich glaube, Korn erwartet vor allem ne große Show. Also während Siege auch damit zufrieden ist, wenn halt irgendein Typ irgendwo schnippst und ne ganze Festung daraufhin zusammenbricht wegen irgendwelchen fucking Intrigen, will Korn, dass du auf dem Felsen steigst, rumbrüllst mit deinen 100 Bannern und Schädeln schwenkst und da übelst Alarm machst und reinrennst. Also, du, das ist halt, glaub ich, so der Typ, der sagt so, ich will, dass du da hingehst, dem Typen sagst, dass du ihm auf die Fresse haust und ihm in die Augen schaust und ihm dann auf die Fresse haust. Und da sind wir beim Ehrbarkeitsbegriff. Der Typ will einfach keine Hintenrum-Geschichten. Nee. Ja, genau, richtig. Er will, dass frontal angegriffen wird, das spiegelt sich auch in den Kampftaktiken der Armeen des Korn wieder, denn da gibt's Frontalangriff und halt nur Frontalangriff. Und wenn du eine Flanke erwischst, kannst du frontal in die Flanke reißen. Aber, äh, haben die auch andere Strategien als nur Attacke und rein? Also, so wird, ich meine, das hat Korn ja immer dargestellt, ne? Das ist ja total stumpfsinnig und rein. Aber, seien wir mal ehrlich, ähm, es gibt schon Gründe, warum es Taktiken gibt. Also, kennen die sowas? Doch, doch, also wir kommen später auf die Blutlegionen noch zu sprechen. Äh, natürlich mit den verschiedenen Dämoneneinheiten, die auch da Rollen einnehmen. Da gibt's natürlich auch Befehlseinheiten, die Befehle brüllen, ne? Aber das erstreckt sich darauf, sag ich mal. Also, sie brüllen die Befehle. Auf gebrüllte Befehle. Ja, gebrüllte Befehle, das ist quasi die Art und Weise, wie man ausmacht, was jetzt gerade auf dem Schlachtfeld passiert. Ähm, und meistens, also, sagen wir mal so. Eine riesige Armee ist wie so ein Tanker, den kriegst du nicht einfach ganz schnell gelenkt. Ja? Das heißt, die Kampftaktiken von Korn stelle ich mir so, oder von kornitischen Armeen stelle ich mir so vor, dass sie nur marginal irgendeinen Einfluss aufs Schlachten geschehen haben. Beziehungsweise nur überhaupt marginal passieren kann. Darf ich einen anderen Erklärungsversuch wagen? Wir haben ja schon mal über den Unterschied zwischen Strategie und Taktik gesprochen. Die Strategie eines jeden Korn-Anhängers ist, wir gehen da hin und hauen denen aufs Maul. Wir gehen von vorne hin und konzentrieren uns nach vorne, gehen da einfach in den Angriff. So, das klingt jetzt erstmal vollkommen stumpf und unüberlegt. Aber hinter der Strategie, dem größeren Vorhaben, ja, dem Grundvorhaben gibt es dann die Taktik. Wie geh ich's an? Ja? Und da hast du Spielraum. Und sonst würden Korn-Armeen auf dem Tabletop auch überhaupt keinen Spaß machen. Also die haben auch Deep Strike und was weiß ich was. Aber über das Tabletop reden wir später. Der Punkt ist, die Taktik ist das hochauflösende Element. Und die allgemeine Strategie bei Korn ist simpel. Ja. Rein da. Frontal. Naja, ich würd halt auch zum Beispiel mal sagen, jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern zum Ballspiel bei Total War Warhammer, wo man das ja sehr gut sehen kann. Da gibt's ja Korn-Fraktionen und Co. Und jetzt mag man vielleicht meinen, wie willst du das auf 40k anwenden? Das ist doch Fantasy. Ja gut, aber du hast halt mit Skaven, mit Zwergen, mit dem Imperium, mit Café und so, so viele Fraktionen, die auch extrem stark im Fernkampf sind, Hochelfen nicht zu vergessen. Ja. Wie kommst du da mit Korn halt klar? Naja, klar, du konterst die aus, wie du sie sonst auch auskontern würdest, zum Beispiel mit extrem schnellen Einheiten, also Bluthunde von Korn zum Beispiel, oder du flankierst die mit Kavallerie, oder du hast wirklich was, was einfach so dick ist, dass es diesen Beschuss aushält, bis es ran ist. Und das ist es ja letztendlich bei 40k auch. Es ist halt schön, wenn du einen Panzer hast und Angon ins Gesicht schießt, aber wenn dem das halt nachwächst, ist halt auch egal. Also Korn ist Korn. Das Grundprinzip bei Age of Sigmar und 40k ist das gleiche, aber du hast recht, natürlich hast du bei 40k einen anderen Einheitenfundus als bei dem Fantasy-Äquivalent. Aber das Prinzip ist eigentlich identisch. Du kannst dich bloß halt nicht mit Korn in die Ecke stellen und alles wegholen. Oder mit Angron. Ja. Genau, aber das wollen sie ja nicht machen. Also das ist ja, geht ja gegen ihre Philosophie, sag ich mal. Jetzt mal ganz groß gesprochen. Ich weiß nicht, ob man das als direkte Philosophie bezeichnen kann, aber ja. Jetzt haben wir die Idee, was Korn ist, oder willst du da noch was ergänzen? Ja, vielleicht auch noch eine Sache, die vielen Leuten eher weniger direkt bewusst ist, ist, dass so kleinere Sachen, die jetzt nicht direkt mit Gewalt zu tun haben, auch gerne mal Korn psionisch füttern können. Ja, also, ähm, Racheakte oder Akte aus Ehrverletzungen, sag ich jetzt mal, oder eben auch überhebliche Dominanz von schwächeren Völkern. Ja, das sind zwar schon gewalttätige Akte, die aber jetzt nicht direkt etwas mit Schlachten auf dem Schlachtfeld selbst zu tun haben. Ja, also es geht nicht nur um dieses Armee steht gegen Armee und haut sich irgendwie mit Waffen gegen den Kopf, sondern auch dieses, mein Bruder bekommt das Erbe und ich bin mega sauer und dann schürt Korn die Flammen des Hasses im Herzen des einen Bruders, damit er den anderen erschlägt. Sowas ist auch sehr kornisch. Oder du bestrafst andere Gruppen für ihre Schwäche, indem du sie unterdrückst. Genau, richtig, richtig. Schwäche wird gehasst. Ja, Schwäche ist zu unterdrücken, sag ich jetzt mal, nieder mit den Schwachen, ist so Korns Credo dann. Ja, Ferros Manus, äh, ne? Ja. Genau, aber was Korn auch sehr gerne mag, sind Underdogs. Das ist auch so eine Sache, weil die Mut beweisen. Das heißt, er mag es zwar, wenn ein Volk versklavt wird, aber liebt Sklavenaufstände noch viel mehr. Ja klar, weil das ist der Unterdrückte, der zurückhaut und sich einem größeren Gegner gegenüberstellt. Aber derjenige, der in seiner Opferrolle verweilt, der wird von Korn verachtet und verdient sein Schicksal. Ja. Also kann es halt auch sein, dass zum Beispiel in so einer Kornarmee es sich für irgendeinen armen Kultisten durchaus lohnen könnte, einem Chaos-Face-Win von hinten. Oder sag ich mal so vorne, dann kriegst du ja mal in einem unnachsamen Moment in die Fresse zu schlagen. Oh ja, das passiert ständig. Das passiert ständig. Die Kornarmeen kämpfen auch ständig gegeneinander. Das ist ganz wichtig, zu begreifen. Also, das mit dem Kahn der Verräter und so. Ich weiß nicht, das wird in der Lore immer groß und breit getreten. Er hat seine eigenen Soldaten angegriffen. In der großen, breiten Lore, wie Kultisten des Korn vorgehen, wie seine Dämonen vorgehen, ist das relativ gewöhnlich, sag ich mal. Ja, ist easy. Das kannst du machen. Kannst du einfach machen, weil Korn interessiert es nicht, wenn seine eigenen Leute sterben, weil es wird Blut vergossen, ob das jetzt Freund oder Feind ist. Alter, du hast... Das juckt den Herrn im Rot. Du hast jetzt locker schon dreimal diesen immer wieder runtergebeteten Spruch angedeutet und uns wirklich so angeflufft und geätscht und lässt uns immer wieder hängen. Sag den fucking Spruch, Mann. Ähm, den Spruch, Korn interessiert es nicht, wo das Blut fließt, Hauptsache es fließt. Oder woher das Blut fließt, Hauptsache es fließt. Genau. Danke. Oh, Splooch. Okay. Bitte sehr. Na dann? Ähm, genau. Auch ein interessanter Aspekt eben, dass man eben nicht nur dieses klassische Kriegerische, sondern auch das kornitische Füttern im allgemeinen Leben, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, im Alltag. Auch ihr könnt Korn in euren Alltag einbinden. Wollen Sie mit uns über Korn reden? Ich komme aus dem Maiskolben-Ding nicht raus, gerade im Kopf. Wegen Korn? Das ist doch auch dieses Miege. The moment to talk about Korn. Ja, wie viele Leute laufen rum mit dem T-Shirt Chaos Corn Flakes? Das kenne ich noch gar nicht. Was? Chaos Corn Flakes? Mit der fucking Müsli-Packung? Willst du mich verarschen? Nee, das kenne ich nicht, aber das klingt richtig gut. Direkt googeln, Kollege, das ist schweinegeil. Das ist ein Befehl. Alle Zuhörer gerade so tick, 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 tick. Warte fürs ASMR. Chaos Corn Flakes. Hoppala. Oh, was ist denn da? Ja, habt ihr gegoogelt, Freunde? Ja. Haben wir gesehen? Ja. Haben jetzt alle auditiv an den Lautsprechern sich darüber gefreut, wie wir leise ein Bild angeschaut haben? Ich frage auch dich, genau dich, du, der sich jetzt gerade, der nicht gegoogelt hat, du hast jetzt an dieser Sache nicht teilgehabt, du darfst jetzt wieder nochmal 20 Sekunden zurückspulen, googeln und dann der Stelle lauschen und dann wirst du es verstehen. Richtig. Und jetzt ratet mal, wer sich jetzt ein T-Shirt kaufen geht. Und jetzt ratet mal, wer zur Strafe jetzt sowohl Adeptus Inebrus als auch Warp Dust nicht nur folgen, sondern auch mal fünf Sterne geben wird auf Spotify. Du, lieber Zuhörer, danke für deinen Einsatz. Genau du. Sonst ziehen wir dich durchs Mikro. Und weiter geht's. Ja, wir sind gerade so verworfen, verschwurren, wir können das. Er hat nicht abonniert. Sau. Komm her. Komm her. Komm her. Okay. Rivalitäten. Chaosgötter haben ja innerhalb des großen Spiels der Götter, ja, großen Spiel im Warp, haben sie ja auch so ihre Pappenheimer, ne, die vier. Bei Korn ist das Slanesh. Interessant, ja. Ja, könnt ihr, könnt ihr euch auch denken, warum, ne. Weil Slanesh, ich rede jetzt direkt aus dem Arsch, weil Slanesh auf die feinen Dinge und Sinnesreize steht und auf Lustgewinn aus ist und Korn ist einfach, stumpf auf seinem Gewaltkanal. Genau, also er findet, das sind degenerierte Idioten, kann man ganz klar so sagen, die Slaneten. Äh, und er findet Sadismus, äh, als Zweck des Tötens oder ein anderer Zweck des Tötens als das Töten selbst verachtet. Ich würde sagen, du hast da halt klassisch diese Dudes, die halt auf einem Sonntag, was stimmt mit euch nicht, und ich, ich bin selbst nah dran, aber was stimmt mit euch nicht, so um acht bis zehn Uhr ins Fitnessstudio fahren und schon total auf Koffein, sie richtig Bock haben zu trainieren und übelst clean und nun schiebt mir die Woche. Und die passieren dann diese Partygänger, die übelst zerschreddert von, äh, der Party kommen und beide denken über die jeweils andere Gruppe, Alter, fang endlich was mit deinem Leben an. Wie geil der Vergleich ist, Alter. Oh ja. Mhm, mhm, mhm. Danke, daran hab ich, der zieht, sehr lang gesessen. Das kann gut, das kann gut passen. Aber das ist nicht nur so primitiv, es gibt auch einen anderen, soll ich sagen, eine andere Blickweise auf diese Rivalität. Ähm, die selbstgerechte Suche nach Sinneslust, die selbstgerechte, äh, hedonistische Lebensweise, ähm, ähm, der Anhänger des Slard Esch, spricht eben gegen den Sinn für Pflichtbewusstsein und für die Selbstaufopferung im Kampfe vor allem, der Korniten. Ähm, denn Korn hat eben auch so diesen Aspekt dieser, dieser Selbstaufopferung im Kampfe, ja. Und das spricht irgendwie gegen dieses, äh, sich den Sinnen hingeben und für sich leben, ne, und irgendwie nur, nur für sich Lust zu gewinnen. Also hast du auf der einen Seite Egoismus im Sinne von, ich tue eine Tat für mich, und das andere ist, ich tue eine Tat um einer großen Taten willen? Oder wie könnte man das jetzt verstehen? Um der Pflicht zu dienen. Damit das Blut, ja, damit das Blut fließt. Das ist genial, weil, weil die Korniten sind dadurch, hup, schluck auf, die sind dadurch unheimlich ehrlich, weißt du? Weil, wie viele verdammte Psychopathen sind im Imperium unterwegs, ja, und geilen sich an den Schlachten auf, äh, Astartes, und, ähm, sehen als die beste Ausrede das Überleben der Menschheit und der Dienst am Imperator. Der Kornit spart sich diesen Killefitz, der sagt, ja, ich, ich, ich geh auch selbst los mit meinem Leben, mit meiner Kampfkraft um. Ich bin auch pflichtbewusst, aber ich konzentrier mich aufs Wesentliche, weil hier geht's einfach ums Schnetzeln, Junge. Genau. Oder nicht? Und die machen keinen Hehl drum. Ja, die machen da keinen Hehl drum. Das ist so. Dumm, aber ehrlich. Ja, dumm, aber ehrlich. Kann man so sagen. Ne? Also ich mein, für die Intelligenz sind jetzt die Korniten nicht wirklich bekannt. Brauen sie auch nicht. Ähm, Zinsch ist auch so ein Punkt, ne? Ähm, Korn hat wenig Respekt vor ihm, weil diese ganzen Tricksereien und Spielereien frustrieren Korn. Sag ich mal. Ja, er ist ja auch gerne mal, äh, Opfer von solchen Tricksereien, zumindest seine Pläne. Was Korn austricksen, stell ich mir mega schwierig vor. Geht kaum. Es ist total schwer. Ich mein, der Mann hat tausende von Plänen, die er gleichzeitig, äh, komplex vollführt. Ey, der Zinsch muss einfach nur mit nem abgenackten Knochen winken und den in den Hinterhof werfen und Korn rennt sabbern hinterher, ist doch klar. Ich muss dann dieses... Der muss einfach ein Drahtseil ziehen vor so einer Schlachtenreihe von Korn und er hat die Schlacht... Kennt ihr dieses Meme mit dem Korn-Berserker? Keine Sorge, ich hab nen Plan, der Plan. Und das ist so ein Bionicle, der halt so die Achse mal rauf und runter geht. Ja, das ist genial. Das ist tatsächlich ne Abwandlung von nem Dungeons & Dragons-Meme mit dem, mit der Barbarenklasse. Es passt eins zu eins, ja. Das ist so genial. Up, down, up, down. Der Plan, genau. Und ich mein, der macht auch keinen großen Hehl darum, wie er das große Spiel gewinnen will. Territorium einnehmen mit großen Armeen. Ganz einfach. Ja, Truff auf die Munde. Ja. Vollgas. Genau. Jetzt weiß ich, warum du Korn geil findest und ne World Eaters-Armee bemalen willst. Du hast Schiss vor dem Tabletop. Du wurdest in der 9. Ja, Mann, ich hab dich ertappt, du wurdest in der 9. Eddy, wurdest du mit dem Spiel konfrontiert und das war sowas von hyperbolbeschissen kompliziert, dass du dir gedacht hast, okay, wie kann ich den Scheiß reduzieren, ohne Orcs spielen zu müssen? Nee, ich hab tatsächlich nicht gewollt, dass ich die Bionicle-Taktik durchbringe. Ich fand die tatsächlich sehr cool, weil sie mich an so Thrash-Metal-Alben-Cover erinnert haben. Die Armeen. Das war eigentlich der Hauptmann. Das ist ein wichtiger Punkt, so bin ich zum Deathcore gekommen. Und dann kam die Lore und dann, oh. Ich mein, man kann auch einfach mal sagen, Korn, jetzt außerhalb der Lore, sieht einfach aus wie der Teufel. Zumindest auch seine Armeen, wie Dämonen, wie wir das so klassisch kennen. Also er ist so der Teuflischste der Chaosgötter. Kornbild nehmen, auf Schwarz-Weiß setzen, Kontrast hochdrehen, Black-Better-Album. Boom, fertig. Ist halt echt so. Ja, easy. Der Typ wär sogar der Schriftzug. Krach. Ja? Ja. Genau, also Sinj, auf jeden Fall ist er da bei dem ein bisschen misstrauisch. Kann er auch sein. Hat auch Gründe, warum er misstrauisch ist, Sinj zu vertrauen. Ich find's halt geil, weil das Bauchgefühl ist direkt Sinj und Korn, große Feindschaft. Aber es ist lanaisch, das find ich interessant. Genau, richtig. Ja, Sinj macht gerne mal Pakte mit Korn-Dämonen, beziehungsweise Sinj-Dämonen mit anderen Korn-Dämonen. Wenn's um Schlachten geht, sag ich mal, dann tun sie sich gerne mal zusammen. Die brechen aber sehr schnell auseinander. Alter, ihr könnt euch vorstellen, warum. Ja, klar. Weil die Korn-Dämonen schießen halt direkt auf die, wenn keine anderen Feinde vorhanden sind. Und Sinj-Dämonen haben das mit ihrem 8-dimensionalen Unterwasserschach schon 5000 Jahre vorher gewusst, ja, dass genau das passieren wird. Und benutzen gerade das im Umkehrschluss, damit dann die Korn-Nieten doch verlieren und so weiter. Es ist eine sehr, sehr intensive, aber kurzweilige, instabile Allianz. Das ergibt Sinn für mich. Ich find das immer noch so krass, wenn wir nicht mal an Signus Prime denken, also die Geschichte von Sanguinius und so. Da haben ja Slaanesh und Korn zusammengearbeitet. Verrückt. Ja, bei jedem verdammten schwarzen Kreuzzug sind alle vier an Bord, obwohl sie die Pest auseinander raushassen. Also, ich glaube, das Great Game, das kann immer kurz mal ruhen, wenn man gerade den Realraum aufmischen kann erfolgreich. Deswegen wundert's mich überhaupt nicht, dass Slaanesh und Korn hin und wieder mal miteinander rocken. Ich find's aber auch gut, wenn's nicht die Norm ist. Also, das ist wahrscheinlich eine Ausnahme, die du gerade beschrieben hast, oder? Ja, ja, das ist eine superkrasse Ausnahme. Und beweist sowieso, wie super wichtig Korn die scheiß Blattangels sind. Aber das ist was, wozu ich nachher noch was sagen will. Geil. Wo kommt denn der Typ jetzt eigentlich her? Genau, wir reden mal über die Entstehung des Korn. Also, wir haben damals die Theorie gehabt in der Lore, dass im großen, bösen, kriegerischen Mittelalter der Menschheit auf Terra so viele böse, kriegerische Mittelaltersachen stattgefunden haben, dass Korn entsprungen ist aus seinem... Loll. Ähm... Loll. Lollemau. Ich hab auch gelesen, dass Nurgle während der Pest entstanden sein soll. Ähm... Nein. Nein. Äh... Nein. Nee. Es wird darüber debattiert, wann Korn entstanden ist. Einige spekulieren, dass Korn so ein Urinstinkt der Gewalt ist, ja, der erst überhaupt später zu einem Chaosgott wurde, weil, seien wir mal ehrlich, auch Ambition an sich, ja, Fortschritt generell, Evolution, ist in irgendeiner Art und Weise auch kornitisch, weil das ein Streben nach Macht ist. Ich würde gerade sagen, Wille zur Macht nach Nietzsche, ne? Also, wenn du das ein bisschen übertreibst, ja, so wie zum Beispiel die Faschos oder die Kommunisten, dann gehst du wortwörtlich über Millionen von Leichen. Und dann reibt sich der Alte natürlich die Hände. Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Richtig. Das... Da sind wir aber wieder bei Zinsch. Aber das ist so ein Punkt... Zinsch trinkt dir das Kapital von Marx in die Hand und sagt, hä, Gerechtigkeit ist doch geil, hä? Zack, Gulag. Boom. Hast du nicht gesehen. Ja. Also. Ja. Ich, ich find, also, ich find die Idee nicht schlecht von jetzt der Entstehung des Uninstinktes, ähm, und es würde sich auch mit der, in Anführungsstreichen, aktuellen Lore sogar decken, ähm, denn GW hat's tatsächlich in, oh, Pfade der Eldari, das zweite, äh, Inari-Buch. Ähm. Ähm, gibt's eine Massage, die beschreibt. Äh, wenn euch das ein bisschen mehr interessiert, Leute, schaut gerne auf unseren YouTube-Channel vorbei. Da gibt's einen ganzen Punkt zum Krieg im Himmel-Ratcon und so. Äh, es geht wohl darum, dass die Vier-Chaos-Götter immer schon da waren und dass der Krieg im Himmel gegen die Vier stattfand, äh, stattfand anfangs. und die Frage ist halt, wenn sie immer schon da waren, waren sie so wie heute, tradala aber das ist, also ich würde vielleicht in der Hinsicht dann mitgehen, dass es eine göttliche Identität des Krieges schon damals gab wir nennen die halt Korn und der hat ja auch einen Haufen Namen ob der jetzt so abgefuckt war wie heute aber auf jeden Fall war er schon übel und sein Ziel wird das gleiche gewesen sein, keine Ahnung, aber ja, zumindest gibt es in Universe, eine Behauptung der ältesten Eldari, dass damals schon die Chaosgötter als alter Feind am Start waren es ergibt ja auch Sinn, wir haben schon in der Zinsch-Folge so ausgeholt, was die überholte Kornentstehungslor betrifft also der Krieg im Himmel, wie ihn übrigens die Eldari nennen, ich glaube die Necrons nennen ihn den Aeonen-Krieg oder sowas frisch gedroppt im neuen Kodex yeah yeah, sehr lesenswert du sagst, der Kodex ist lesenswert? Es ist geil, das Artwork ist auch voll der Hammer und habt ihr auch schon Paria oder ist ja noch nicht raus? keine Ahnung okay Punkt ist, ähm wir haben schon gesagt, dass ein Konflikt von dieser Größe ja und von der Reichweite und der Dauer und der Grausamkeit ja, mit Kroks und was weiß ich was dass der natürlich eher dazu taugt einen Korn entweder zu füttern oder entstehen zu lassen wir haben schon gesagt, sobald ein Chaosgott entsteht, hat er immer existiert ja genau, ja genau das ergibt für mich Sinn nur du hast gerade angedeutet Krieg im Himmel gegen die vier großen Übel also augenscheinlich auf der ersten Dimension haben wir ja gesagt oder gelernt das war eher die Alten gegen die Katarn mit Stellvertretern in Form von Aldari Kroks und Necron Tür wie passen dann die wie passen dann die Mächte des Chaos da rein haben die dann in der Hintertür ergeht da müssen wir mal drüber sprechen vielleicht nicht in dieser Folge aber das wollte ich nur mal festgehalten wissen ich glaube, das ist einfach eine Thematik die sich jetzt vielleicht also vielleicht lohnt sich sowas in einem halben Jahr mal wenn wir mehr haben, meinst du? ja, weil das ist jetzt wir haben halt einen Kodex, der das beschreibt oder zwei jetzt beziehungsweise dann gibt es halt noch dieses eine Buch was das raushaut man müsste jetzt ich glaube, man muss da auch noch mal ein bisschen abwarten zum Beispiel wie jetzt das finale Buch The Seach of Terror ausgeht klar, es gibt schon die Spoiler im Internet aber nee, da weigere ich mich, das zu lesen okay gut also warte es auf das reale Ding dann wie ist denn ja, Jabba wir haben jetzt spekuliert wir haben gesagt, was wir nicht geil finden wir haben gesagt, was wir realistisch finden was ist denn die Substanz? was hat deine Recherche ergeben? wo kommt das Gute denn her? weiß man das also ich lese jetzt mal ein kurzes Zitat vor was ich da ganz erhellend fand ähm zu dem Zusammenhang eben mit diesem Urinstinkt der Gewalt und das dann aus weiter dem Weiterleben und Erleben und Ausleben dieser Emotionen dann die Macht des Korn gewachsen ist bis zu seiner Geburt Zitat es gibt so viele Konfliktursachen Schritt zum Stillstand käme und herausfordernde neue Ideen unberücksichtigt blieben und das ist ja in der Substanz beim allerallerersten Leben in der Galaxie muss das als Grundvoraussetzung gegeben sein dass überhaupt Leben existieren kann weil Leben direkt wieder zerfällt wenn kein ähm Streben nach Fortschritt überhaupt existiert greifen wir bitte nicht zu weit ich möchte da äh das kleine rote Baustellenabsperrband äh auswickeln ja lassen Sie mich mal kurz beiseite Max, Julian Dankeschön ja danke danke okay ich lasse das hier mal fest ähm das gilt vielleicht für Nörgel Leben und Vergehen heben wir uns für die Nörgel-Folge auf aber bei Korn ist etwas drin das unterscheidet die Amöbe von meinem kleinen Kater den ich vom Ponyhof adoptiert hab als ihn die Mutti verstoßen hat damals der Fenris ich hab ihn nicht zum Spaß so genannt der ist gewachsen wie bekloppt und war das aggressivste Kackvieh auf dem Planeten ja ich hab den über alles geliebt der war geil der Kater ohne Scheiß die Prophezeiung gibt's bei dir auch? ja und ähm der hat mehr Kornitisches oder wenn dann überhaupt Kornitisches wenn auch in ähm archaischer tierischer Unschuld ja aber eine Amöbe die hat keinen Willen oder keinen keinen Drang nach Fortschritt die hat Drang nach Überleben des Wars ja so eine Katze die ist zwar auch relativ primitiv im Vergleich zu einem Waschbär der ähnlich equipped ist ja aber ich sag nur je komplexer deine Lebensform wird desto eher bist du in der Lage zu sündigen oder dich oder diese Energien im Warp zu füttern ja deswegen fängt's irgendwie bei Menschen an mit oh das ist interessant das ist ein Wesen das hat Moral ja Tau hat das auch aber der hat halt so eine kleine Seele aber ihr wisst worauf ich hinaus möchte erst ab einem gewissen Entwicklungsstand kannst du Korn oder Slanesh oder ähm Zinsch füttern weil der Amöbe plant auch nicht und lässt sich auch nicht verführen ja hold my beer also man kann quasi festhalten diesen Urinstinkt gab's aber äh der musste erst gefüttert werden dass es überhaupt zu einem Chaos Gott heranreifen konnte so würde ich das zusammenfassen bei den ersten ansatzweise komplexen Lebewesen du weißt ja die keine Zellhaufen per se sind sondern ein bisschen mehr mhm mhm äh ja also Korn ist eben sehr leicht zu füttern haben wir gerade auch geklärt Nörgel denke ich auch kann ich mir auch vorstellen dass das nicht viel braucht um Energien an an Nörgel zu zu geben ähm aber bei Korn ist es besonders denn er gilt so hab ich das zumindest gelesen als äh der mächtigste Chaos Gott bezogen auf die Größe seiner Armee und eben die Menge an Kriegsaktivitäten die er im großen Spiel der Chaos Götter vollführt ähm kann man sich auch damit erklären dass seine äh ja ihm zu folgen sehr ähm reizvoll ist für viele Leute in dieser Galaxie ja wenn du Warlord bist ist Korn natürlich so dein dein Bro ja aber seien wir mal ehrlich was Größe der Armee angeht naja also wenn deine Taktik daraus besteht geradezu auf deinen Gegner loszurennen dann brauchst du diese große Armee halt einfach weil naja so 80% deiner Armee werden halt einfach niedergeballert aber du wirst vielleicht gerade beim Niederballern und dem Gemetzel wenn du gewinnst neue Immonen beschwören mit denen du weiter Rambatshammer machen kannst na klar weil du stärker wirst ja also das ist eigentlich ist das wie so ein ne eigentlich könnte man sagen ne Kornearmee ist wie ein Feuer das so lange brennt bis es nichts mehr zum verfackeln hat außer sich selbst Leute nennen wir das Kind doch beim Namen der Typ rechnet nicht in Armeegröße oder Kopfanzahl der Typ rechnet in Litern haben wir was gemeinsam oder nicht ja ja genau du rechnest in Litern Julia nicht in Kästen wir reden von Blut ja achso ja wir auch je mehr je mehr hektoliter vergossenes Blut desto befriedigter ist Korn egal was ist und ja aber er braucht eben ständig unzählige Neusterbliche um seine Armeen aufzustocken und die kommen ihm irgendwie wie die Motten zum Licht angeflogen und er kann sie dann verwenden anscheinend zieht seine Taktik das Heranzüchtens neuer Kultisten wenn er überhaupt ne Taktik hat also das ist ja prinzipiell schlachte einfach viel und dann kannst du relativ schnell Korn verfallen und dann bist du in seinen ja oder sei zornig da gibt's halt genau da gibt's immer noch diese eine Szene wo ich so drüber nachgedacht also wo ich bis heute nicht weiß wer jetzt da eigentlich irre war ähm in Signus Dämonikus war das glaube ich wo die Kapitänin von Sanginius Flaggschiff sich halt auf ihrem Thron umsieht und das Wahnsinn der Dämonen sind in ihr gefühlt also aus einer Perspektive und dann sieht man die Brücke aus einer anderen Perspektive am Ende zieht sie halt beide Pistolen und fängt an die Brückenbesatzung abzuknallen weil sie aber das Gefühl hat dass in denen Dämonen stecken und sie sieht in beide also sie sieht da drin Korndämonen andere sehen in ihr Korndämonen und am Ende ja weiß man nicht wo wer dritte ist also die kommen schon rein wenn du glaube ich einen Hang zu Blutvergießen hast ich meine bei Kahn siehst du es ja auch Kornd hat sowieso Bock auf Blood Angels oh oh also Kornd hat auf alles Bock was er nutzen kann also das ist ihm relativ egal solange es nicht feige ist und schwach also das ist das einzige es ist auch total leicht Kornd zu folgen weil man ihm keine Schreine baut oder Tempel oder noch irgendwas das sieht er ja als Beleidigung an aber passt das mit den Schädelpyramiden die sie manchmal hochziehen ja das passiert aber in der Regel wird es von ihm nicht aktiv ich glaube der liebe Gott schert sich auch nicht um die Prachtbauten die wir da auf der Erde hochziehen was das ist der Vatikan das ist für die Leute und so glaube ich ist das auch mit diesen Schädelpyramiden hm ja es ist ein Symbol von Korn also diese Schädel an seinem Thron gibt es ja da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen auf das Reich des Korn die gibt es ja der Schädelberg wächst es gibt es gibt zwei Schädelberge naja also den vor seiner Messing Zitadelle direkt und der um seinen Drohnen rum ja ne einer von allen seinen von all seinen Anhängern und einen von seinem Lieblingsdämonen ja gut da gibt es einen VIP Schädelberg okay ja ja der hat einen eigenen gut aber ähm genau die ähm die die Gefolgschaft von Korn ist dementsprechend relativ einfach zu erringen sagen wir es einfach mal so er ist ein sehr unkomplexer Gott und unterkomplexer kann man schon fast sagen äh aber wir haben noch gar nicht auf das Aussehen sind gar nicht auf das Aussehen von Korn bis jetzt eingegangen ja da würde ich euch gerne mal zwei Bilder durchjagen ja wenn ihr gestattet hab ich einmal hier dieses da dann muss ich die ja ins Video packen oh wenn du das wenn du das willst komm die hättest du sowieso reingenommen die beiden ja also das ist das ist doch großartig das ist der Klassiker und das untere ist sogar ein offizielles GW Artwork was wohl ein Fehler war echt das war ein Fehler sie wollten das ist aus irgendeinem alten Imperial Armory sogar maybe ich weiß also es ist wirklich recht alt und eigentlich hatten sie mal angegeben sie wollten da kein niemals Chaos Gott mal zeichnen es ist auch das einzige offizielle Artwork was von einem Chaos Gott existiert äh was von Games Workshop selbst ist und die Story hinter dem Bild ist recht einfach es gab ein kleines Kommunikationsproblem zwischen den Leuten die das Buch halt äh illustriert haben und ihnen die sollten irgendwas mit Korn machen und sie haben halt ja Korn gezeichnet sie haben sich das halt Korn mit irgendwas ja sie haben halt einfach sich das angelesen und jetzt blub äh hallo hier ist unser einziges offizielles Bild eines Chaos Gottes aber das sind sie halt kennen da sind sie aber nochmal gut weggekommen weil das Bild ist sehr ähm unscheinbar also Korn selbst es geht viel mehr um das ganze Theater außen rum ja aber der Mann hat Präsenz ja das ist halt riesige schattenhafte verrunzelte große gehörnte Gestalt die auf ihrem Schädeltron hockt ohne irgendwelche Eigenschaften Features die wirklich interessant wären und außenrum einfach eine Bande von Kernassis die sich wie die letzten Hools auf dem Mai-Markt in Mannheim die Schädel einschlagen exakt so jedes einzelne Hardcore Konzert ja ja gut genau und ihr seht hier auch also Korn ist gerne mal mehrere hundert Meter hoch das Ding ist aber auch Korn hat ja an sich keine wirkliche Gestalt das sind ja alles nur so Artworks also er ist schon in seiner Zitadelle und er sitzt schon auf dem Thron aber man kriegt halt keine akkuraten Überlieferungen eigentlich was er jetzt wirklich ist ne es ist ja auch genau wie diese Geschlechtlichkeit bei den Chaosgöttern ich meine die sind ja weder männlich noch weiblich äh und sind eigentlich ja Kreaturen aus purem Woop Geschlechtler sind sowieso ein soziales Konstrukt du hast Prediger ja recht hat er ja bitte so sieht's nämlich aus ja ich halte erst deine Hände wieder hör auf deine Hände festzuhalten wenn ich wieder ruhig Geschlecht ist so lange ein Konstrukt bis du was zwischen die Beine kriegst oh also okay aber bei den bei den Chaos-Entitäten ist es halt so weil das 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 reduziert Verzeihung das reduziert sich nie auf ein Geschlecht schon gar nicht Slanesh Slanesh hat sogar noch mehr Geschlechte als aktuell erfunden werden ich glaube das ist aber halt auch dieses Ding weil bei Slanesh könnte die Rolle seines äh könnte das Geschlecht halt auch ne aktive Rolle spielen ob du ihm folgst oder ihr folgst oder nicht und bei Korn ist ja fucking egal ob du da jetzt irgendeiner Kriegerprinzessin folgst oder dem Oberfucker auf Doom weil wenn du den angucken kannst dann bist du eh wahrscheinlich ein Schädel ja aber wenn wir zwischen den Geschlechtern äh den klassischen zwei Geschlechtern wählen müssten dann würde ich Korn definitiv als maskuliner einstufen weil das männliche Geschlecht im Tierreich oder bei uns Menschen generell äh mehr Aggressions- und Gewaltpotenzial hat deswegen wird auch immer männlich dargestellt ja es ergibt einfach Sinn also das ist grundsätzlich die Art und Weise es ergibt Sinn in der kulturellen Darstellung in der äh erzählenden Tradition und das ist nämlich genau das Ding wir haben uns jetzt die ganze Zeit über das Bild unterhalten ähm das das ist bei Gottheiten sind immer Konzepte und Konzepte sind abstrakt ja aber wenn wir sie äh in Gestalt packen und das wird bei allen Gottheiten der Menschheitsgeschichte so gemacht dann entsprechen sie gewissen Archetypen und deswegen ist Korn für mich ein Typ weil ja er vertritt ja genau er vertritt ja klar maskuline Werte und da kann man jetzt halt ewig rumdiskutieren aber wenn du wenn du die Wesenheit im Warp Korn fragst was bist du für ein Geschlecht dann sagt er hä und haut dir deinen Schädel kaputt der checkt der checkt nicht was du von ihm willst also nein was ist was ist zwischen deinen Beinen Hass was fließt aber durch deine Adern äh Feuer ja genau er will ja drückst du dich aus durch Gewalt durch Gewalt und diese ganze Konversation findet in einem einzigen äh statt eben gut welche Konversation genau wir wir äh haben auch häufiger diesen Spruch Blut für den Blutgott Schädel für den Schädeltron hier seht ihr den Schädeltron das ist der Schädeltron über den alle Leute reden wenn sie diesen Spruch sagen äh äh ein tatsächlicher Thron an dessen Fuße sich äh die Schädel des Blutgottes aufhäufen der Blutgott selbst Korn wird ähm in einer Rüstung sag ich jetzt mal in Messingfarben dargestellt mit so einer komischen Behelmung und einer hündischen Fratze ja es heißt er würde durch sein Reich äh mit markerschütternden bellenden wutverzerrten schreien quasi die Luft ähm wie soll ich sagen erfreuen seine seine Dämonen erfreuen mit seinem Rumgeschrei und seinem Rumgeplarre in seinem Reich das ist auch ganz schön wenn die sich an so einen Scheiß freuen ist das Laneshit Alter und dann werden sie rausgekickt können sie sich eine neue WG suchen ich glaube das ist einfach der generelle Vibe ja das ist einfach so es wird dann rumgeschrien ähm er hat auch ein Schwert und äh dieses Schwert hat verschiedene Namen Leitbringer wird es genannt Kriegstreiber oder Ende allen Seins ja also schöne Namen so ein riesiges Schwert das wird komischerweise nie dargestellt in den Zeichnungen ja ich habe jetzt auch kein Bild gefunden von Korns Schwert so anscheinend ein riesiges Ding ich gebe mich für euch mal in die Tiefen des Internets weil ich kenne tatsächlich eine Artwork wo das Ding drauf ist ach hast du okay äh aber wirst mir zustimmen dass es jetzt nicht so üblich ist das Schwert von Korn die generell Waffen ähm genau es wird gesagt dass Korn mit einem einzigen Schwung seines Schwertes dass die Realität selbst zerschneiden kann und durch diese Realität und das Raumzeit Kontinuum das quasi dadurch gestört wird können die Armeen des Blutgottes ins Materium eindringen also der kann so einen kleinen Warpriss erzeugen das heißt wenn es der Chef wenn es der Chef persönlich für wichtig genug hält dann kann er ein temporäres Auge des Schreckens erstellen quasi ja aber ist das denn schon mal passiert ähm soweit ich weiß nicht es wird gesagt Entschuldigung dass das äh dass das geht äh der Herr bewegt sich ja auch wirklich nicht gerne von seinem Brot äh sagen wir mal also dafür dass er ein Kriegsgott ist dafür dass er ja okay aber dieses Bild also das ist ja jetzt nicht wirklich aber es ist das einzige wo ich kenne wo das Schwert drauf ist und tatsächlich ich muss dir ein bisschen widersprechen ähm weil ich das mal behandeln durfte ja ja es ist ein einziges Mal passiert meines Wissens ach so hat er es gemacht okay erzähl bitte erleuchte mich das habe ich nicht äh kurzum Arx of Omen Angron das ist da der finale Part nachdem Angron da ein äh also Angron zerballert eine Indomitus Flotte stellt sich gegen so einen super Ultra Trupp Grey Knights die so eine Art zweites Astronomicon äh haben um halt ihn Perma zu erledigen was auch fast klappt aber ist halt ein Kampagnenbuch also klappt es nicht und jo Angron zerschmettert das Teil und das sorgt dann dafür irgendwie dass Korn sich darüber ein bisschen freut der springt von seinem Thron auf und schlägt einmal mit dem Schwert zu reißt eine Wunde in die Realität wie du schon gesagt hast temporär korrumpiert alles und jeden in diesem verdammten Sektor also Adeptus auch die Grey Knights ne die sind schon hinüber also alle bis auf die Kostodes die halt die Indomitus Flotte begleiten die stecken jetzt mit Adeptus Sururitas neuen Space Marine Orden Titanenlegion Auxilia allem äh imperiale Flotte alles ist jetzt Kornisch und ja Angron hat tatsächlich kurz mal seine Ruhe so für acht Sekunden hat er keinen Schmerz mehr prima geile Anekdote es hat übrigens einen Grund warum wir das nicht auf dem Schirm haben wir haben Arx of Omen noch gar nicht behandelt und ladet mich mal ein wenn ihr wollt ja sehr gerne wirklich weil es ist eine Scheißarbeit zu recherchieren und wir sind noch nicht mal mit allen Primarchen durch mit unserem Podcast ja wir auch noch nicht das ist richtig ja genau also ich bin mir auch ziemlich sicher dass ich nicht so tief da rein recherchiert habe wie ihr euch das jetzt vielleicht erhoffen mögt ähm genau aber das ist auch das Markenzeichen von Adeptus wir haben so ein paar wir sind mit spaßiger Unterhaltung zu tun und wir machen Oberflächen in dem Fall hast du schon vieles gesagt was ich jetzt selbst auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte und ich weiß das wie gesagt nur weil das mein Anfang von Arx of Omen war ich habe das erste Abaddon tatsächlich ausgelassen wenn mich das nicht interessiert hat das ist es wir kommen nicht hinterher mit den Releases aber ja okay äh die Gestalt von Korn fand ich immer sehr uninteressant muss ich ganz ehrlich sagen weil das halt so so direkt einfach so ein Metal ja er wirkt immer so passiv deswegen also seine Diener sind viel interessanter als der alte selbst naja er chillt halt also der lässt die halt machen dafür dass er ein Kriegsgott ist hat er noch kein Schlachtfeld von wirklich naja was ist mit der Sache mit Slannisch gut aber das ist ja Gott gegen Gott er hat ja jetzt nicht wirklich aktiv ist ja nicht in Krieg okay ich versuche noch mal die dezente Überleitung die niemand äh gemerkt hat vor allem nicht die Zuhörer ich finde den Alten nicht halb so interessant wie seine Diener selbst okay das heißt du willst erst über die Diener sprechen und nicht zuerst über sein Reich alles klar können wir machen okay dann erzähl mir was von der verdammten äh was ist das eine Messingzitadelle ja er hat er hat ein 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 Reich äh das ein bisschen weiter äh sprießt als seine Messingzitadelle selbst ähm Kornsreich ist eher so eine Ansammlung aus verdammt vielen Schlachtfeldern in so verwüsteten Landen ja so weit das Auge reicht mit das ist ein ganz interessantes Konzept ich weiß nicht Max Julian ob ihr das schon kennt das Konzept von Kornsreich ich glaube ihr kennt es noch gar nicht ähm das ist glaube ich noch wichtig einfach um den ganzen Vibe zu verstehen wo dieser Daddy jetzt hockt und wo die ganzen Dämonen eigentlich herkommen auf die wir danach eingehen können ich habe es vor ewigen Zeiten mal gelesen für unsere Chaosfolgen aber halt irgendwie der Boden blutet oder der Himmel weint irgendwie so ja ja genau ja genau wir haben eine Tazka Dienkiller Bonusfolge gemacht das muss reichen das reicht da haben wir auch da haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen ganz kurz okay was passiert da jetzt das will ich jetzt wissen genau Zitat ich sah einen ständigen Kampf der Mensch kämpfte gegen den Dämonen Blitze kämpften gegen Vulkane Geysire aus geschmolzenem Messing kämpften gegen Seen aus dampfendem Blut es gab keine Atempause keinen Frieden wer oder was auch immer als Sieger hervorging wurde sofort von einem anderen Feind angegriffen der noch schrecklicher war es war Blut das spritzte und sprühte und Schädel mehrten einen Thron der mit seiner schieren Größe den roten Himmel durchbohrte endlose Schreie der Wut und des Zorns wurden lebendig es war glorreich jedes rotfarbige Deck das ich je gebaut habe bei Magic the Gathering das war eine Frage das war eine Frage wenn da jetzt hier Donner oder hier Blitze gegen Vulkane kämpfen ja wo hat ein Blitz seinen Schädel damit der zum Schädelthron kommen kann die kämpfen ja auch das ist ja also es wird ja ständig zwischen Dämonen gekämpft und Menschen die neu ins Dämonenreich kommen kämpfen auch gegen Dämonen die Blutdürste die er kennt die Blutdämonen wie sie im Deutschen heißen ja die Bloodthirster die tragen ja auch Territorialkämpfe in Korns Reich aus die haben gewisse Territorien in dem Reich wo sie sich ständig mit ihren Dämonen Vasallen gegenseitig bekriegen genau dieser dieses Reich kann man sich so vorstellen durchgehend hat man solche Blutorkane die über diese Schlachtfelder schwemmen die ganzen Dämonen töten den Boden aufreißen und eben über diese Ebenen und diese kleinen Hügellandschaften da peitschen aber gleichzeitig schlagen auch solche Blut ähm ja blutgetränkte Steinbrocken sag ich jetzt mal aus dem Boden empor um gegen die Orkane anzukämpfen ja stoppen sie kurz ab und ähm Berge entstehen plötzlich aus dem Grund und versacken dann wieder in der Erde Blut Flüsse die es auch gibt entstehen reißen quasi äh den Boden entzwei nur um quasi sich eine Vorherrschaft zu erringen über die Erde da schreit alles nach Konflikt also das also keine Seite muss gewinnen Hauptsache die hauen sich genau es ist ein konstanter Kampf um Vorherrschaft Stein gegen Luft gegen flüssiges Blut gegen Messing gegen Vulkane ich glaube auch die Berge selber gehen aufeinander los also da ist die gesamte Landschaft ist im Krieg genau es ist durchgehend im Krieg und auch im Krieg gegen die Dämonen und natürlich auch im Krieg gegen die Neuankömmlinge ja die sich das angucken weil sie Korn dienen wollen und die gerne mal von der nächsten Orkanböe ja mit ein bisschen Messing und Blutanteil zerrissen werden und eigentlich gar nicht weit genug kommen um irgendwas zu machen aber keine Sorge ihre Seele ist dann trotzdem gefangen ganz ehrlich ich würde zum Glück ich würde da keine Immobilie kaufen aber mal Sportferien machen dort weißt du ein bisschen Aktivurlaub ja klar Alter genau richtig genau also selbst die aber du gehst da rein und kriegst direkt eine Panikattacke also ich meine du kannst einfach das ist Todesangst das Ding ist Todesangst ja wenn ich da bin bin ich schon tot aber mega du hast nicht die Zeit eine Panikattacke zu bekommen genau aber es gibt natürlich auch Ebenen und Bereiche in Korns Reich die man erscheinen kann zum Beispiel Korns Wut das ist so ein Ring um Korns Reich weil Korn braucht ja auch eine Stadtmauer um sein Reich ja und ich weiß nicht aber der könnte ja mehr angreifen naja aber weil die Verteidigung einer einer geschützten Anlage ist eine spezifische Kunstform des sich gegenseitig abschlachtens und es wird alles repräsentiert was was Kriegskunst betrifft bei Korn so würde ich mir so würde ich mir es erklären ist eine ja ist eine Erklärung ähm genau also sein seine chinesische Mauer sag ich jetzt mal besteht aus einem Kreis aus hunderten Meter hohen Vulkanen aber ich wette mit dir die Mauer hat Rampen damit der Feind damit der Feind stürmen kann ja du musst ja rein stell dir das mal vor ich mein auch die Wangen die kommen da so ich mein du hast ja Wanderer die da reingehen hey Quatsch die kommen da so an die Rand und es gibt eine Mauer aber es gibt keine Torflügel ja sowas weißt du also irgendwie er will ja er will ja äh Bloodflow von daher ist halt nur so Korn so oh nein ich werde angegriffen öffnet die Zugbrücke ja quasi also Zugbrücke schwierig aber ich mein es gibt ja es gibt ja öffnungen sag ich mal es gibt Bergpässe es gibt Möglichkeiten reinzukommen es ist nur sehr schwierig aber ich mein Korn will ja auch nicht die Schwachen bei sich haben sondern die Starken die Schwachen werden direkt an der Mauer aussortiert ja das heißt du musst da erstmal durchkommen natürlich oben spritzt die ganze Zeit Messing Lava aus den Vulkanen oben gibt es Blutstürme die gegen das Messing Lava der Vulkane kämpfen ja es ist laut es ist scheiße es ist sehr gewaltvoll aber nicht nur dass wenn diese Vulkanreihe Eindringlinge spürt sag ich mal dann werden Steinlawinen losgetreten es gibt Vulkanausbrüche die aktiv auf die Feinde draufdonnern und sogar Stein und Messing Dämonen die sich aus dem Grund und aus der Materie aus dem Vulkan selbst formen und gegen die Eindringlinge kämpfen also du musst gegen Steinwesen kämpfen um da rein zu kommen und gegen diese Stein und Messinglawinen und Blutlawinen ankommen das ist krass das mit den Lawinen erinnert mich übelst an den ersten Herr der Ringe mit dem Pass des Karadras ja 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 also so bloß ohne Saruman der irgendwelche komischen Sachen riecht und dann Lawinen das ist aber ein geiles Bild Max wirklich also ja oder ja du versuchst da langzulaufen und gut es sind keine Legolas der sagt das sind böse Stimmen in der Luft sondern einfach der Berg der sagt ich bin böse in der Luft frisst das du bist scheiße ich mag dich hier nicht verpiss dich so geil aber genau und am Fuß in diesem ja erzähl weiter soll ich nee nee ich würde eigentlich sagen das klingt halt alles wie so ein bisschen der feuchte Traum von so einem 16 jährigen Wannabe Metaller der jetzt gerade irgendeine ultra harte Blutvernichtungs Metal Band entdeckt hat ich mit 16 du schreibst mich Alter definitiv das bin ich eigentlich auch ich dachte du bist noch 16 ja wir sind uns nicht unähnlich deswegen begreifen wir die Metapher auch so gut du ich hielt mal den Typen das Maskottchen von Disturbed für das geilste der Welt also lol ja weil der hatte Flammen und eine Kapuze ich hab ich hab als Jugendlicher nicht gecheckt dass Immortal Black Metal Satire ist und hab sie voll unironisch gefeiert ernsthaft ernsthaft mit den Videos nee ohne Scheiß komm fick dich selber ja gut ist nicht jeder so clever wie der Jabba ey Leute Podcast ich sag gar nichts ich sag gar nichts alles gut denk dann heute auf jeden Fall Dämonenschmieden irgendwo müssen die ganzen Waffen und Ausrüstungsgegenstände herkommen am Fuße dieser Vulkan hat Korn sadistisch und gleichzeitig praktikabel als Stadtplaner wie er ist seine Schmieden aufgebaut denn die Schmieden befeuern sich natürlich auch sehr gut durch die Vulkanausbrüche die direkt darauf regnen leider sterben natürlich relativ viele Schmiededämonen so ganz niedere Dämonen sind es die da hausen und diese ganzen Sachen zusammen schmieden sterben bei diesen Vulkanausbrüchen sehr schnell aber es ist ja Korn egal weil der kann die ja relativ schnell wieder neu herstellen sag ich mal das heißt es ist ein durchgehendes sterben wieder neue hinbringen weiterschmieden sterben also genau im Korn Sinne eigentlich also man arbeitet da nicht lang sagen wir mal so es ist wieder dieses klassische Blutvergießen sogar während Ausrüstungsgegenstände hergestellt werden ich stell mir das gerade so vor du hast in der einen Hand deinen Schmiedehammer du klopfst auf irgendeinem glühenden Stück Metall rum in der anderen Hand hast du ein Schwert und duellierst dich mit irgendwem nur um dem am Ende dann dieses glühende Stück Metall auf dem du gerade rumgehämmert hast ihm dann keine Ahnung durch die Figur zu rammen und der Taumel zur Tür und ein anderer Dämon kommt rein und sagt ah das hab ich gesucht zieht's raus und geht wieder raus ich mag den Gedanken du fightest den Typen so lange so halbärschig ab bis dein Werkstück so weit ist dass du es abschrecken kannst dass du es härten musst genau dann härtest du es einfach im Blut deines Gegners exakt ja genau aber es hat natürlich auch neben dem Vulkan noch ein Grund warum es direkt am Rande des Reiches ist die ganzen Seelen wir haben ja darüber gesprochen dass Sterbliche versuchen da reinzukommen ins Reich die die sterben sag ich jetzt mal und nicht wirklich reinkommen also der Großteil deren Seele der Großteil deren Seelen landen in der Schmiede oder in den unzähligen Schmieden wo sie verwendet werden zum Schmieden deswegen hat man da unentwegt leidende Schreie der schwachen und versklavten Seelen die eben mit jedem Hammerschlag und mit jedem Hitzeschub eben unfassbar und merklich am Leiden sind aber das erhöht natürlich auch die Qualität der hergestellten Rüstung und Kornmark die sind eine Ressource natürlich genauso wie für sozialdarwinistische beziehungsweise halt autoritäre hierarchische ähm altertümliche Imperien wie zum Beispiel das römische Imperium Sklaven das äh der Motor sind ja genau ich mein das Schwert muss ja aber auch schon zu Beginn das Leid der Schwachen in sich aufsaugen damit es gut funktionieren kann als Dämonenkinder das ist der ultimative psychologische Bulli-Shit der Starke ergötzt sich an dem Leid des Schwachen um äh daraus weitere Waffen zu schmieden das heißt wenn ich als als Mobbing-Arschloch äh checke was äh wie ich wie ich den Schwachen äh fertig machen kann dass er flennt und ihn demütigen kann dann äh bilde ich mir daraus Stärke ein und fühle mich besser und das passiert bei 40k bei Korn in seinen Schmieden äh auf einer fucking ähm wie soll ich sagen spirituellen Ebene ja aber es funktioniert damit werden die Waffen einfach besser einfach Highschool Bullis machen das ist aber Korn ja nieder mit den Schwachen die ziehen dir die Unterhose über die Stirn von hinten Alter Halt die Schnauze ich brauch nur einen Streitkolben das heißt wenn du zu viel Bock auf äh Algebra hast oder vielleicht sogar in der Theater AG bist dann landest du in einem Streitkolben von irgendeinem Blattletter genau ja und leidest da durchgehend bei jedem Schlag voll assi ey also Kinder nicht dem Schachclub äh beitreten ja spiel lieber 40k oder so aber es wäre natürlich auch richtig cool genau es wäre so super lustig wenn es unter allen Kornwaffen so eine Art so eine WhatsApp Gruppe oder so ein Facebook gibt und wo alle eigentlich immer nur reinscheißen wie scheiße sie alles finden oder sie schreiben halt rein was sie mal gemacht haben so das sind eigentlich alles Nerds deswegen gibt es keine Nerds mehr in 40k ja das stimmt die sind alle in den Waffen drin gut da enden wir also deren Leid nicht deren Qualitäten ansonsten hättest du voll die Waffen nur unentwicktes Leid und Schreien okay ja das ist wieder Metal ja ja super Metal dann noch die Blutgruben was könnte das denn sein wir haben ja gesagt wir haben ja gesagt wir brauchen neue Dämonen und nicht alle Dämonen sind diese hohen Dämonen sondern wir haben auch niedere Dämonen die relativ leicht herzustellen sind ja zum Beispiel diese Schmiededämonen ähm wir haben ja Warp-Energie die immer so durch die Reiche der Chaosgötter fließt und manchmal ähm ist es so dass sich diese Energien an einem Ort sammeln und dort Gruben und Krater in den Boden schlagen kann man so sagen ähm der Korn merkt das natürlich weil der guckt sich durchgehend sein Reich an und befiehlt dann seinen Truppen das Schlachten zu intensivieren ich hab jetzt nicht ganz verstanden ob sich das nur auf die Schlachten innerhalb seines Reiches beziehen oder auf alle Schlachten die überhaupt Kornanhänger irgendwo in der im Materium und im Immaterium durchführen mir bin ich ganz sicher wie dann die Physik funktioniert aber auf jeden Fall fließt dann Blut in diese Gruben beziehungsweise Krater je mehr geschlachtet wird desto schneller geht der Prozess natürlich und in diese Gruben aus Blut wird dann natürlich noch ein kleiner Schuss Messing hineingegeben und Korns eigene Galle ähm dann hat man quasi so einen Sud ne also so einen Cocktail den er sich so zusammengemischt hat mit so einem Stößel und einem Mörser ne äh hat dann quasi einen 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 Zaubertrank auf einer großen auf einer großen Skala und aus dieser Blutgrube die dann entstand können neue Dämonen des Korns geboren werden ähm hierbei handelt es sich eben hauptsächlich um diese diese kleineren Dämonen wie die äh Zerfleische also die Bloodletters im Englischen oder eben diese Schmiededämonen also es geht da um diese diese klassischen Arbeitssklaven oder die die Kerninfrastruktur die eben aus diesen Blut äh Gruben geboren werden können relativ leicht das ist im Grunde der Spawning Pool für das ganze ähm ja Fußvolk wollte gerade sagen wie bei den Tyraniden diese komischen äh Pits die die haben genau richtig und ich meine wir sind ja im Warp ne das heißt da können natürlich auch Dämonen neu geschaffen werden ich kann mir auch vorstellen dass auch größere Dämonen in solchen Blut äh Gruben hergestellt werden ne ich glaub da spricht Lore-mäßig nichts dagegen ähm genau aber es wird hauptsächlich darüber gesprochen dass eben da durchgehend diese diese kleinen Kack-Dämonen da raus rausgespawnt kommen einfach weil die wenig Energie brauchen die kannst du halt in Dauerproduktion einfach da rausschießen und wir haben schon festgestellt du brauchst Kanonenfutter für deine rote Armee Taktik ja ja richtig du musst ja rein exakt oh wir haben nicht genug Munition ihr seid jetzt alle Helden Glückwunsch Genossen der Feind hat zu viel Munition nehmt sie ihm weg ja und Geschichte wiederholt sich ey wie sieht's im Moment aus also ich glaub wir sind bei ähm über 330.000 gefallenen Russen irgendwann irgendwann geht der Ukrainer sicherlich die Munition aus wenn's keine Russen mehr gibt das ist die Taktik okay das ist gefährliches ausschweifen in die Realität aber der Kornvergleich ist für mich absolut stabil von daher kommen wir weg kommen wir weg von den realen Sachen gehen wir lieber hin zu harmloseren Sachen in der Fantasie Blutflüsse die Blutflüsse teilen teilen eben das Reich von Korn in diese Untersektionen ein die um die immer gekämpft wird ja von den Fraktionen innerhalb Korns der hat auch übrigens keine Lieblinge oder so ne das ist dem völlig egal der guckt sich das Schlachtfeld an und denkt sich geil wir haben ja auch über Tascademonkiller gesprochen ma boi ähm mal ganz kurzer Exkurs ich mein Tascademonkiller ist ja auch genau in dem Reich von Korn am Ende Korn hat ihn ja extra dahin geholt Ehrengast was sag ich Mitbewohner der wohnt jetzt da der wohnt jetzt da genau und der kämpft denke ich auch um irgendwelche Untersektionen bei den Blutflüssen kann ich mir durchaus vorstellen dass Tascademonkiller da so so zwei Fürstentümer oder so innerhalb des Reichs von Korn gerade schon da frag ich mich eine Sache ich glaub ich glaub nicht ich glaub Tascademonkiller der hatte einfach Spaß da dran Dämonen zu umzunieten deswegen ist der ja in Warp also Tascademonkiller kämpft gegen er kämpft gegen Generäle des Korn so viel ist sicher in der Lore und ich kann mir sehr gut vorstellen dass es so eine Art Strafversetzung ist du wirst es gegen Tascad geschickt für die nächsten tausend Jahre oh ne oh man und dann gibt es immer wieder was hab ich gemacht ja und Tascad ist einfach der alte wie sagt Jabba immer so schön der Labrador im Bällebad ja das ist der glücklichste kleine Ork in der gesamten in allen gesamten Existenzen hat Korn den nicht schon mal gerätzt ja das macht er doch immer aber da frage ich mich eine Sache zu Tascademonkiller kurz der stimmt zusammengefasst wer das nicht kennt die werden immer wieder geboren das ist das geile es ist das Orkparadies es ist Valhall nice aber da hätte ich jetzt nochmal kurz eine Frage zu also wie gesagt kurz zusammengefasst ja Orks bla 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 invaden das Eye of Terror gehen auf so einen Kornplaneten drauf Korn findet das toll portet ihr in sein Reich und seitdem kämpfen die für ihn und adoptiert ihn als Haustier ja wie so gut aber was ihr jetzt gefragt habt wenn der irgendwann mal anfängt aktiv zu gewinnen also so richtig ja kriegen wir dann einen Korn Kork nein weil er respawnt immer wieder wenn er stirbt ist er wieder der alte also wissen wir nicht wissen wir nicht aber es hat eine Respawn Dynamik und ich glaube nicht dass er hochlevelt ah okay ach so ja stimmt so meinst du das okay verstehe nun genau also diese Seen das ist jetzt eher so cineastisch was ich jetzt ganz kurz anreiße es gibt da so ein schönes Meer aus Blut da fließen diese Seen äh diese Flüsse rein das ist der Schlachtsee so wird er genannt sowieso wie der Bodensee bloß in Rot ähm der um um die Messing Zitadelle von Korn so ein bisschen rumfließt äh und dort haben wir Drachen sag ich jetzt mal äh aus purem Blut aus purem gehärteten Blut die es äh mit den Blutdämonen aufnehmen den Bloodthirstern den großen äh und in dem Meer gibt es eben so riesige Leviathane aus Knochen und Messing die da rumschwimmen und die Wellen schlagen hoch und formen die Gestalt zweier Kämpfer die sich gegenseitig niederstrecken und dann fällt die Welle wieder rum warum eigentlich immer Messing das weiß ich nicht aber alles bei Korn ist fucking Messing weil Bronze zu cool ist aber Bronze wäre voll geil weil Bronze ist das Metall mit dem wir als Menschen in unserer Entwicklungsgeschichte zum ersten Mal angefangen haben uns hochstrukturiert und methodisch militärisch gegenseitig die Schädel einzuhacken ich schmeiß da mal kurz noch was rein ähm die Frage haben wir uns mal gestellt und ich bitte dich wer auch immer es war auf dem Discord oder auf YouTube schreib das mal bitte nochmal unter diese Folge oder schreib uns direkt an du hast die absolut richtige und schlaue Erklärung gegeben warum Korn Messing verwendet ich weiß es aber echt nicht mehr aber es gibt eine sehr gute Erklärung ist wahrscheinlich chemisch voll nah an Blut dran oder so ein Scheiß das wäre Eisen das wäre ja gut Blut hat Eisenanteile ganz klar aber ja bitte bitte wer immer du bist äh schreib das ich will ich will das wissen ich will das lernen das ist eine ernst gemeinte Frage von mir auf jeden Fall bin ich dabei genau ähm ja wir haben eben diesen Blutsee sag ich mal dieser Schlachtsee aus Blut und am Ufer dieses Schlachtsees beginnt das Meer aus Schädeln welches sich dann kilometerweit bis zum schwarzen Wall der Messing Zitadelle erstreckt weil Korn hat zwei Wallanlagen einmal außerhalb Korns Wut die Vulkane und dann hat er noch diesen schwarzen Wall wie so ein bisschen bei Herr der Ringe Mordor Korns unterdrückter Zorn äh die Wut ist außen innen was ist innen was ist da Minderwertigkeitskomplexe ja 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 Korns unterdrückter Zorn genau man weiß auch gar nicht aus was der Untergrund ist weil es sind so viele Schädel dass man da sowieso nicht sehen kann wo die drauf liegen also es ist wirklich ein Meer Kilometer weit aus Schädeln eine Wüste aus Schädeln das Meer aus Blut haben wir ja schon eine Wüste aus Schädeln genau und ähm auf dem Wall sind solche Gargoyle artigen Wächterdämonen die so ein bisschen aussehen wie die Blutdämonen ja Gargoyle ist wirklich sehr sehr harmlos beschrieben also das sind definitiv ja gigantische Blutdämonen ja ja also so riesige ähm die können mit ihren Ohren Kilometerweit äh jeden Eindringling hören und dann wird halt die komplette Wut komplette Zorn von Korn auf Eindringlinge gehetzt der ist da sehr verschlossen ich finde das was seine Messing Zitanelle angeht ich finde das sportlich dass die das hören wenn irgend so ein Verzeihung irgend so ein Eindringling ja tritt auf einen Schädel der ein bisschen dünner ist und es macht krack und der Bastard hört das obwohl um ihn herum Schlachten Gebrüll Waffen die aufeinander hauen was weiß ich was den Scheiß abgeht aber der hört genau und Korn hinter ihm ja und in die ganze drum schreit ihr Wichser ja interessant okay cool ja sehr spezifisches Gehör Respekt ist eine Fachkraft ja genau genau hinten dran haben wir hinter dem Wall aber tausende von den Bluthunden ja die kennt ihr vielleicht auch da kommen wir später vielleicht noch zu sprechen wenn uns die Zeit reicht die durch den Schädelhof Court of Skulls ein sehr schöner Begriff vor seiner Messing Zitadelle herum patrouillieren und die können auch hundert Kilometer gegen den Wind jeden Eindringenden riechen also falls er wirklich wirklich so leise ist dass die die großen Wächterdämonen das nicht mitbekommen werden sie auf jeden Fall gerochen also dafür dass das ein Gott des Krieges ist finde ich ist er übervorsichtig was Eindringlinge angeht weil als ob er wehrlos wäre ja Moment Moment ich weiß nicht es ist eine Wehrfeste die er da aufgebaut hat ich bleib bei meiner Erklärung ne geile Festung ist ein essentieller Bestandteil der Kriegsführung und ich glaube Korn will auch nicht dass du dich zu ihm reinschleichst weil dann hast du es nicht verdient richtig du musst das mit Gewalt nehmen Alter du musst ihn mit dem Armdrücken besiegen dann darfst du Hallo sagen genau deswegen hat er das mit dem Hören und Riechen weil das das ist der der Effekt um Feiglinge exakt exakt sobald du am Schleichen bist bist du ein feiger Bastard und dann wirst du mit extra Vorurteil niedergestreckt mit extra mit ä und x exakt so jetzt muss ich mir erst mal noch ein Bier aufmachen ich bin schon wieder so viel am reden dass ich jetzt ein bisschen Befeuchtung in meinem Mund brauche okay gut gibt es sonst noch irgendwelche also ich habe ja bei Scenes habe ich ja erzählt dass es mehrere Locations gibt sage ich mal also gibt es diese riesen Zitadelle irgendwelche Berge den Thron selbst gibt es irgendwie noch was anderes was wir kennen sollten ich denke es gibt da verschiedene kleine Punkte aber ich bin ehrlich ich habe die nicht recherchiert weil ich dafür zu faul war und ich werde auch keine andere Ausrede finden weil ich gedacht habe es ist eine Korn Episode und ich muss da jetzt nicht ich muss ich muss nichts erklären kleine Detail aus Korn so weit ich irgendwie zusammentage ja Korn hast du relativ schnell erklärt vor allem wenn du ein Bild malst sagte er nach einer halben Stunden ja also schnell erklärt naja wir können natürlich viel darüber reden aber ich denke jetzt nicht dass wir da über jeden einzelnen Schädelturm oder Bastions Kaserne die irgendwo steht für seine Dämonen dass wir da jetzt großfach simpeln sollten aber das sind so die Hauptbestandteile sag ich jetzt mal apropos Dämonen die man findet ja du hast vorhin diese Blutlegion angesprochen genau die Blutlegion des Korn ähm die Blutlegion des Korns sind die zahlenmäßig größte Militär Einheit nenne ich sie jetzt mal äh der Chaosgötter also die Blutlegionen die Einzelnen an sich sind gar nicht mal so arg riesig aber es sind einfach so verdammt viele von diesen dass äh sie gemeinsam eine gigantische Armee erzeugen deswegen spricht man auch über die Blutlegionen des Korns nicht über die Blutlegionen weil eine von den Blutlegionen besteht eben ähm aus acht Untergruppen und diese diese äh acht Untergruppen ich hab's ja irgendwo aufgeschrieben wie die heißen Kohorten genau also eine Blutlegion besteht aus acht Kohorten und eine Kohorte besteht dann jeweils aus acht Rudeln von Dämonen und jetzt können wir uns überlegen wie groß ist ein Rudel wahrscheinlich acht oder sechzehn ne möglicherweise auch vierundzwanzig oder zweiundzwanzig oder vierzig aber auf jeden Fall irgendwas du gehst von Legion zu Kohorte runter das ist alles römisch ja und das ist immer im Dezimalsystem aufgebaut gewesen aber hier haben wir es natürlich mit acht zu tun von daher kein Plan genau und nach einer Kohorte kämen Manipel das sind aber dann in dem Fall keine fünf sondern hundert pro acht also ja könnt ihr selber entscheiden liebe Zuhörer naja die Farbe der Legion war ja rot genau also könnte man eigentlich sagen dass jede Blutlegion acht mal acht mal acht Leute sind ja Dämonen sind oder eben irgendwie ein Multiplikator von acht ne also könnte noch 40 sein oder 80 das heißt Korn hat weniger Dudes in seinen Einheiten als Cäsar weil der hat das Dezimalsystem und ja Korn hat das das Optimalsystem oder wie auch immer man es nennen wird tja das ist halt das Optimum an Leuten ah genau ich wollte es nicht bringen Julian oh Gott Schmerz innerhalb ja das ist aber wer kämpft jetzt in diesem Blutlegion ja also genau wir haben es hier mit einer klaren Hierarchie der Stärke und der Wildheit zu tun das heißt man kann hochsteigen beziehungsweise runtersteigen also man hat wirklich so eine vertikale Sozialhierarchie oder beziehungsweise Machthierarchie auf der man sich aber gut bewegen kann also man kann hochkommen innerhalb dieser Legionen wir haben es zunächst zu tun mit Blutdämonen die kennt ihr ziemlich gut glaube ich ähm guck mal wo ich hier dieses dieses ja beschwöre ich jeden Samstag habe ja schwört meine Freunde jeden Monat guck mal hier das ist ja kein Kommentar kein Kommentar das hier ist ein ein Blutdämon mein lieber Blutdürster auf Deutsch hell yeah nein die heißen die heißen Blutdämonen auf Deutsch Bloodthirst im Englischen ich habe ich habe auch mal geguckt es gibt verschiedene Übersetzungsprogramme weil ich mich interessiert hat wie man Blutdürster Bloodthirst quasi vernünftig übersetzt es gibt auch die automatische Übersetzungsvariante von unserer guten künstlichen Intelligenz die bald unser Leben bestimmen wird die übersetzt das gerne als Blutrünstler vielleicht auch Blutrünstler das kannst stell dir mal vor du bist auf dem Wehrgang und musst halt auf so einem Wehrgang brüllen was da angreift oder musst du laut brüllen da greift ein Blutrünstler an aber Julian du bist doch Jäger also rünstig sein ist doch ist doch Jägerjargon äh ja also ein ein Bloodthirster das ist jemand der nach Blut dürstet äh rünstig sein ist geil auf was sein also funktioniert ein Blutrünstler nur Blutrunst ja also das sind seine das sind die schweren Jungs die Greater Demons genau richtig das sind die Großen die äh sind äh innerhalb von Legionen sag ich jetzt mal sind die Obermarker äh Bosschef Präsidenten ähm diese Blutdämonen werden auch als Faust des Korns oder Wächter des Throns bezeichnet ähm und haben sag ich jetzt mal so eine Größe von 10 Metern ungefähr vielleicht auch ein bisschen größer also so groß wie Scout Titan wurde es beschrieben wenn ihr euch darunter was vorstellen könnt das sind ja die kleinsten der Titanen das ist ein bisschen Warhound mäßig genau richtig ähm wenn sie laufen ziehen sie eine Spur aus Feuer und Blut hinter sich her ich meine das ist jetzt auch nichts Neues wir haben heute die ganze Zeit über Feuer und Blut und Messing gesprochen also das ist auch euer Florhammer 40k Dawn of War 1 da sieht man es da sieht man es sehr gut dann haben sie hier genau dieses Mal darüber haben wir noch nicht gesprochen ähm überall auf ihren Leibern das Mal des Korn ähm wird übrigens auch äh ornamentisch den höchsten ähm Chaos-Kultisten des Korn äh verleiht um ihnen gewisse äh ja gewisse Blutrünstigkeit und erbarmungslosigkeit im Kampf zu verleihen ne und das haben sie auch das hat einer unserer Rekruten unserer Wikinger-Schwertkampftruppe auf der Innenseite seines Schildes bemalt das hat einer von meiner alten Kumpels aus dem Schwertkampf auf der Außenseite schwarzes Schild genau mit dem Teil ist das geil ja also das Mal des Korn das wird auch gerne als eine Abwandlung von einem Schädel oder einer Acht bezeichnet nichts davon da drin aber äh so wird's beschrieben na ein Schädel doch können wir ein bisschen vorstellen ein Schädel aber eine Acht ich weiß auch nicht wo die Acht herkommen soll also das sind zwei E's das ist ein Doppel-E aber ist irgendwie hm keine richtige naja gut wenn du das eine E also wenn du zwei E's hast das eine umdrehst und zusammenführst dann ja gut aber nee glaubt ihr die Designer haben sich in den Achtzigern so viele Gedanken gemacht wie wir jetzt gerade bei dem Podcast nein abgesehen davon wäre das sowieso viel zu viel kognitive Leistung für einen Kornanhänger exakt der hat irgendwann mal ein paar Kaninchenknochen in die Luft geworfen das ist genauso runtergefallen Boom Korn Symbol fertig fertig ist der Lack ja genau äh was auch interessant ist bei den Blutdämonen sie sind aufgrund dieser Runen und ihrer ornamentischen äh traditionellen Rüstung sag ich jetzt mal das sieht man auch so ein bisschen wenn man sich den anguckt den Kollegen der hat da so eine so eine altertümliche Rüstung an äh damit sind sie vor psionischen Angriffen sehr gut geschützt und auch vor Fernkampfangriffen das hab ich nicht so ganz verstanden weil man kann ja auch auf den Kopf zielen ne bei Fernkampfangriffen ja und es geht aber wohl es geht aber wohl darum dass man äh mit dieser Rüstung bezwecken will den Feind im Nahkampf zu binden äh eben um einen ehrbaren Kampf herbeizuzwingen ich meine also als Ork wenn man psionisch nicht rankommt und im Fernkampf nicht dann ist man halt gezwungen im Nahkampf reinzugehen genau das ist ja das was Korn will dass seine Feinde in den Nahkampf gezogen werden der Kopf ist ein unsagbar schwieriges Ziel ja aber guck mal äh das mit dem äh resistent gegen Fernkampfangriffe als Ork glaubst du auch dass wenn du eine rote Klamotte trägst du schneller bist als andere ja also ich glaube also warum nicht sagen ja wenn ich die Rüstung anhabe dann trefft mich halt keine Fernkampfgeschosse ja und wir haben es exakt genau das Ding ist der Warp wir haben es hier mit Kultisten mit äh Dämonen Anbetern und mit Schwurbelwichsern und Hexern zu tun richtig also ich finde Magida äh gar nicht weit vom Schuss als Erklärung ja genau Headshot geht halt nicht es gibt halt eine Realität aber nicht in Korns Realität geht halt nicht ja also ihr seht auch diese riesige Axt die er da in der Hand hat ne und die Peitsche das sind die die zwei standardmäßigen Waffen ähm die Axt hat eine Schneide von der Höhe von einem äh Primaris Space Marine und ist mit eine der stärksten Nahkampfwaffen die man überhaupt schaffen kann das ist so eine gigantische dämonische Streit Axt die hat äh mehrere größere Dämonenseelen in sich und auch sehr sehr viele Seelen von Sterblichen wir haben es vorhin darüber gehabt ne das Sterbliche in den Waffen ähm von 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 Korn Einheiten ähm geparkt das ist so ein bisschen wie die Rechenpower äh in deinem Computer in deinem RAM ja RAM beziehungsweise deine GPU in der Grafikkarte dein CPU weißt du das ist auf die ganze Seelenscheiße mit den ganzen Warp Wichsern ist das einfach ja Seelenpower Mann je mehr gequälte Seelen oder mächtige Seelen du hast die Dämonen angesprochen desto krasser ist dein Prügel den du durch die Gegend schwingst genau und wegen diesen verzauberten Waffen zählen auch eben die Blutdämonen als die stärksten oder mächtigsten Kriegsmeister überhaupt in der Galaxie alle Fraktionen übergreifend was den Nahkampf angeht ähm die können einfach mit der Axt die stärksten Panzer einfach durch durchtrennen die hauen da drauf und das Ding ist weg ähm ist halt wirklich komplett overpowered ähm diese Peitsche die sie in der anderen Hand haben die ist jetzt nicht so nicht so besonders sag ich jetzt mal ich hab's jetzt als Stacheldrahtpeitsche bezeichnet sind wir einfach ehrlich und sagen so ein fucking Blutdämon ist ein Balrog ja das ist ein Balrog definitiv Tolkien hat die Grundlage für ich sage jetzt mal 65% der modernen Fantasy die wir kennen mindestens ja ähm beziehungsweise 65% sind direkte Adaptionen von Tolkien sagen wir mal ehrlich also er hat fast 100% gelegt an Grundlage aber 65% ich glaube Blutdämon Blutdämon haben wir durchgespielt da geht gar nicht mehr viel zu erklären genau es gibt nur 8 verschiedene Ränge von denen ja das ist jetzt der niederste Rang den ich euch gezeigt hab ähm es gibt da natürlich auch noch ähm diese größeren mit der Zweihand Axt äh und fliegende und so aber grundsätzlich kann man sagen diese 8 Ränge die sind rein militärischer struktureller Natur aber nicht Power Level ne also die die höheren Blutdämonen haben den niedrigeren was zu sagen wir haben es hier immer noch mit der hierarchischen Struktur zu tun aber die sind jetzt nicht stärker verstanden kann ein Niederrads von den Hörern werden geht das ich bin mir nicht ganz sicher also ähm die haben bestimmte Bezeichnungen also Korn glaubt doch an äh genau genau also eigentlich müsste das gehen aber irgendwie wird es beschrieben dass die gleich stark sind das habe ich auch nicht so ganz verstanden aber dieser hier ist ein Blutdämon des ungezügelten Zorns das ist so ein ganz klassischer dann gibt es noch die Blutdöster der besinnungslosen Wut das ist der sechste von acht Rängen die sind die das sind die mit äh so einer gigantischen zweihändigen Axt so eine riesige Messing-Axt die werden auch als die Vorboten des Untergangs bezeichnet weil wenn die kommen hast du eigentlich die Schlacht schon verloren weil dann will Korn richtig aufdrehen und sagt okay jetzt reicht's mir aber und dann hat er natürlich noch ähm die Zorn des Korn Blutdämonen Wrath of Korn im Deutschen ist das sehr schön weil das sich direkt reibt Zorn des Korn was sich reibt ist immer gut das sind äh gigantische fliegende Blutdämonen deren Aufgabe ist es große mächtige Heldeneinheiten des Feindes zu erspähen und in einer demütigenden Art und Weise zu besiegen um die Moral des Feindes zu brechen die werden wirklich eingesetzt wenn es darum geht ähm ja wenn wirklich richtig richtig bekannte und mächtige Helden des Feindes auf dem Schlachtfeld sind da muss Korn leider die einsetzen ich hab jetzt hier auch nochmal zwei Bilder hochgeladen ich find die sehen alle relativ ähnlich aus ich weiß nicht ob es da so große Unterschiede bei den Ballrocks Jabba Ballrocks auf Testo Ballrocks auf Testo größere Ballrocks genau Dämonenprinzen ich weiß nicht ob ich da groß drauf eingehen soll die leiten auch gerne Legionen aber ich mein die gibt's auch so häufig wie Sand am Meer und immer unterschiedliche meistens menschliche Champions des Korns die irgendwie Auserwählte des Blutgottes wurden durch große Taten ähm kann man jetzt glaube ich aber auch nicht tiefer drauf eingehen ich mein wir wissen doch alle was ein was ein Dämonen ähm Prinz beziehungsweise Adeptus Enebris Folge was weiß ich wie viel Karriereführer für Chaoten haben wir genau drüber gesprochen deswegen brauchen wir da jetzt nicht wirklich drüber ähm zu sprechen dann haben wir noch die Zerfleischer die Bloodletters ne das ist die absolute Standard niederste Infanterieeinheit die man sich vorstellen kann hier ist ein kleines Bildchen von dem und die sind definitiv 80er Jahre Power Metal Cover absolut und die haben definitiv irgendwas Eldari like es an sich guckt euch mal diese Köpfe an so ein bisschen ja also das ist so ich mein guckt euch mal das Ding an und guckt euch mal Kill the Mancher Cain an ja eben Cain da ist so ein Cain-Vide drin absolut ja da hast du recht also bei den oberen nicht aber bei dem schon ja ganz klar man denkt zwar immer ja das sind jetzt die kleinen Fallobstwichser ne die die sind jetzt nicht so heftig das stimmt nicht die sind größer als ein Mensch ähm und haben unmenschlich große Kräfte können also eine Person einfach in der Luft zerreißen Astartes kommen schon einigermaßen besser mit denen klar aber nur weil es eben die kleinsten Dämoneneinheiten sind heißt es noch lange nicht dass die jetzt irgendwie schwach werden ich sag Astartes merkt sowas weg ja aber ein normaler Infanterist eher nett also das Ding ist halt die hauen halt wahrscheinlich nur einmal zu aber die sind halt auch in der Lage Astartes von Kopfbescheide zu spalten oh ganz klar ganz klar wenn die treffen ist Feierabend Alter das siehst du auch auf dem Tabletop oder im Online also sag ich mal im Spiel die haben wenig Rüstung die sind sofort weg aber wenn die treffen ach du Scheiße aber der Astartes ballert schon eine Weile auf den Bastard ja das ist das was ich meine also der Kampfwert von dem Astartes ist wahrscheinlich besser im Durchschnitt als der von einem Blattletter aber ein Blattletter im Nahkampf der ist natürlich in seinem Schwimmbecken zu Hause seinem Element ich hole halt genau dunkles enger Schiff ein Blattletter von mir aus ein paar Astartes einer der wird auf jeden Fall seine Party haben ganz klar und ihm ist es ja egal ich meine er spawnt eh wieder ja ja genau also das Problem ist wir haben es vorhin drüber wir haben vorhin drüber gesprochen wie funktioniert eigentlich Strategie auf einem Schlachtfeld des Korns das Problem ist die meisten Korn Dämonen sind eben Blattletter die sind die große Anzahl diese Welle diese blutrote Schlachtenwelle besteht eben aus den kleinen Wichsern und denen mangelt es fundamental an Disziplin und Zurückhaltung das heißt man kann denen keine vernünftigen Befehle geben die hören einfach nicht da drauf die wollen einfach weiter drauf rennen Tod Tod Blut für den Blutgott Schädel für den Schädelthron und egal wer da jetzt sagt weiter nach rechts Flanke angreifen das funktioniert nicht so richtig die sind ja eine Verkörperung der Essenz des Korn die sind ja sein Wesen sein Wirken alles was er isst sind die Fleisch geworden genau richtig das heißt die die ballern einfach auf den Feind los und du kannst einfach den Tanker nicht drehen das funktioniert nicht also das ist eine riesige Welle aus denen und die greifen raptorenmäßig in der Masse an und da hast du halt einfach keine keine weitere Möglichkeit irgendwie was an der Spoiler Alert für das erste Space Marine Game fuck war das ein geiler war das eine geile ähm Transition vom Org War zu Chaos Inklusion das war oh ja also die Bloodletter absolut geil immer noch also immer noch eine absolute Game Empfehlung also wenn ihr mal wirklich also wenn ihr euch wirklich fühlen wollt wie Space Marine ich find das covered Space Marine 1 einfach am besten und ihr müsstet spielen wenn ihr den zweiten Teil immer gut spielen wollt Captain Titus noch nie waren Ultramarines so sexy wie in dem Spiel Ultramarines so sexy ja ernsthaft ich mein's wie ich sag mein Lieber außer du bist lehrendrost da bist du halt ein Wichser aber das ist ein anderes Thema zurück zum Thema apropos Thema ähm wenn du dir äh 10-Jährige im Schwimmbad anguckst auf 5-Meter-Türmen und die ganze Zeit sagen Papa, Papa guck mal Körper ja und die ganze Zeit wollen dass der Vater hochguckt aber der Vater ist einfach genervt weil er sich lieber der Single-Vater sich lieber die heiße Bademeisterin anguckt ja und gar nicht auf den Sohn achtet der coole Tricks macht so ein bisschen sind die Bloodletter wenn es um Korn geht die wollen sich die ganze Zeit beweisen und wollen die ganze Zeit dass der Papa zuguckt was sie auf dem Schlachtfeld machen und deswegen begeben sie sich immer in extrem waghalsige Situationen und äh gehen selbst aufopfernd äh vor um sich eben vor dem großen Papa Korn zu beweisen ähm wenn sie das schaffen und Korn wirklich ähm sieht was sie leisten und sie befördert dann werden sie zu einem Herold des Korn der sieht dann ungefähr so aus da hat der Papa zugeguckt wie du vom 5 Meter Brett gesprungen bist hat gesagt ja Sohn richtig gut gemacht das ist dasselbe wie vorher nur 5 Jahre Muckibude muss ich gerade sagen mit mehr Muskeln und ja und definitiv gestopft weil die Hörner sind größer dieser komische äh Schädelkamm ist größer also das sind äh das sind Segnungen das sind die Feldwebel von den Bastarden dann oder genau richtig das ist die untere die Offiziersriege sag ich jetzt mal weil wir haben ja die Blutdämonen gehabt das sind so die Generäle die bellen die Befehle übers Schlachtfeld sind riesig groß und hauen rein und das sind so die kleineren die die einzelnen äh Rudel anführen dieser dieser 8er beziehungsweise 16er Rudel ähm genau und Kohorten wenn sie hoch genug sind du kannst wie gesagt in dieser Hierarchie aufsteigen durch Leistung es ist eine Meritokratie eine Blutlegion find ich geil dass du es drauf hast richtig ja wenn du nicht ja wenn du nicht verreckst dann kannst du zeigen was du kannst genau und die können nochmal aufsteigen nämlich wenn sie sich einen Moloch im englischen Juggernaut ihr kennt die Dinger greifen dann werden sie zu einem Blood Crusher zu einem Zerschmetterer wir haben hier ein Bild von so einem Blood Crusher da muss ich jetzt aber dazu sagen nicht nur Herolde können zu solchen Zerschmetterern werden sondern auch ganz normale von den Bloodletters wenn sie noch nicht zu Herolden wurden wenn sie es schaffen so einen Juggernaut so einen Moloch ähm wenn sie es lernen den zu kontrollieren also im Vergleich zum vorherigen Bild zu diesem zum Herold hat er aber ganz schön abgebaut was Muskeln angeht ja eben das ist dann so einer der übersprungen hat dem Level richtig richtig genau hier sieht man auch ein anderes Bild und diese Molochs diese Juggernauts also das ist wirklich eine ganz ganz interessante Kiste ähm die werden auch als Messing-Ungeheuer bezeichnet weil die bestehen eigentlich nur aus Messing die haben nichts Fleischliches in dem Sinne das ist ein dämonisch beseeltes Reittier das aussieht wie ein gepanzertes Rhinozeros aber es ist keine Dämonenmaschine weil es kein das ist eine so gute Beschreibung dafür Alter das gepanzerte Rhinozeros ich wollte sagen es hat halt keinen dämonischen Kern in dem Sinne also es ist kein es ist ja es ist ja nicht wie bei den Iron Warriors zum Beispiel ein Dämon in eine Maschine gesperrt okay verstehe aber was was animiert dann diese diese Hülle naja also naja es ist nicht nur eine Hülle die haben dann gar ich würde sagen es ist also es ist in Anführungsstrichen organisch gewachsen ohne externe Teile und ich glaube eine Dämonenmaschine besitzt externe Teile die man hinzufügen muss aber bei dem Vieh es ist einfach so es ist es ist eine perverse Kreatur wie ein Urukai bei Saruman genau oder halt wie oder wie ein Dämon des Change oder so bloß halt in Messing und Übel verstehe okay danke für die Info jetzt begreife ich was das ist genau also die leben normalerweise in Korns Jagdgebieten so heißt das also wirklich so diese diese Schlachtfelder unterfriedlich an den Blut und Gedärmbüschen ne die sind unentwegt am Kämpfen und Jagen die ganze Zeit einander töten sich gegenseitig und Dämonen und sind einfach nur am Abgehen je mehr sie töten desto mehr kriegen sie so eine Silberrückengestalt bloß dass die Gestalt von ihnen dann schwärzer wird also die kriegen so Ruß auf ihrem Körper je mehr sie umbringen und je erfolgreicher sie sind genau also dieser Silberrückeneffekt bloß dass sie immer schwärzer werden ja der Korn hat sein eigenes Ökosystem wie schön ja ja das ist doch total schön aber das Ziel eines Herolds beziehungsweise eines Bloodletters ist es irgendwann mal so ein Zermalmer zu werden so ein Bloodcrusher deswegen gehen die raus auf die Jagdgründe und versuchen die Dinger zu fangen und zu kontrollieren so wirst du nämlich zu so einem dabei gehen die aber regelmäßig drauf weil dieses Vieh ist nicht leicht zu zähmen und sie gehen gerne um ihren Wert zu beweisen lediglich mit einer Messingkette raus um die Dinger einzufangen ohne Waffe ja großartige Idee ja aber wenn es klappt ich sag ja nur wenn es klappt wenn es klappt ja wenn es klappt also ich sag nur also wenn es klappt bist du ein richtiger Badass dann bist du der absolute Obermotherfucker und darum geht es doch hohes Risiko du willst dich beweisen du willst dich beweisen also ja genau und dann gibt es noch einen sehr sehr coolen Bloodletter Herold und zwar der höchste von allen das ist Skulltaker von dem habe ich gehört das ist der höchste Bloodletter den wir haben in Korns Armee das ist ein übler übler Motherfucker ähm der heißt mit bürgerlichem Namen Utsul das steht zumindest in seinem Passe ähm okay und äh der reitet auf dem schwarzen Juggernaut Kul Tyran das ist der mächtigste aller Juggernauts ähm genau den hat er er kämpft aber eigentlich gerne zu Fuß weil er sagt äh er braucht sich nicht zu beweisen und auf so einem Tier rumzureiten sondern der hat den der hat den auch gezähmt übrigens Juggernauts werden gezähmt durch rohe Gewalt und äh Dominierung ne weil wir sind hier in Korns Reich da wird nicht mit äh Streicheln und Pferdeflüsterer und äh wir sind doch Freunde und wollen wir zusammenarbeiten sondern es geht darum die Dinger gefühlt ja das ist seine Bitch zählst du jetzt solange du auf dem Vieh sitzt als Juggernaut und wenn du dann nicht mehr auf dem Vieh sitzt wieder als Herold ich glaube der Typ zählt als sein Vorname ja U-Zul der ist geil ich glaube der ist auf dem Level äh da sind unsere merkwürdigen Klassifizierungen irrelevant und ja der hat auch so ein cooles der hat auch so ein cooles Rückending ne auf seinem Oh das ist der Astartes Schädelmantel oder ja genau das ist der Astartes Schädelmantel der ist geil ähm genau der Typ wurde von Korn extra geschaffen eines Tages weil Korn sehen wollte was aus seiner Kreation so wird und das allererste was er gemacht hat ist Blattletter um sich rum zu köpfen das war das allererste mehrere davon und Korn hat das so entzückt dass er ihn raus in die Welt geschickt hat ähm in die Warp-Reiche um zu gucken was er so macht ja hat ihn beobachtet und währenddessen hat er einfach unentwegt Dinge geköpft und als er 888 Schädel gesammelt hat ähm hat ihn Korn wieder zurückgeportet und hat gesagt so du bist jetzt bereit für deine große Prüfung ne sag ich mal äh und hat ihn in so naja so eine Schädelgrube gepackt wo verschiedenste Feinde auf ihn gehetzt wurden und er hat alle Feinde am Ende geköpft ohne einen einzelnen Kratzer abzubekommen und dann hat eben der gute Korn gesagt gut dann besele ich dich jetzt mit Warp-Energie die dich extrem mächtig macht deswegen sieht man auch wie der aussieht der ist ja äh voll von Segnungen des Korn sag ich mal und sein Schwert wurde umgewandelt und er hat nun diese Klinge namens Slayer Sword wie die Thrash Metal Band Slayer heißt ich muss mal sagen ich find diesen Umhang total geil also für die Leute die es jetzt als reinen Podcast hören wie kann man einen fucking Schädelumhang haben wenn ich es richtig interpretiere sind das einfach extrem viele Haken an denen diese Schädel einfach aufgespießt wurden und die trägt er am Rücken ja Kollege das sind nicht irgendwelche Schädel das sind so viel ich weiß sind das Astatusschädel na 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 das ist alles im Preale Gale ach wirklich ja ja ach verwechsel ich das mit einem anderen Dude nein keine Ahnung also nein das sind wahrscheinlich Astatusschädel also das weiß ich jetzt wirklich nicht ich weiß von einem Kornwichser der Astatusschädel als Umhang trägt das wird ja safe sein ja aber das Ding ist ich muss ja immer reale Propaganda machen du siehst halt schon dass er wichtig ist einfach weil er einen Umhang trägt guck dir an wie groß jeder wichtige jeder wichtige Charakter trägt einen Umhang ja also und wer ungefähr das Bild möchte er sieht aus wie der bösartige Zwillingsbruder von der Sängerin aus dem fünften Element wow wow ich finde es übrigens auch toll dass er Schädel auf seinem Schädel hat ja man ja muss ja ja genau also er ist jetzt quasi der Scharfrichter des Korn das ist ein der ist trotzdem der designierte designierte Scharfrichter ja braucht der einen nee aber ist mir so aufgefallen also bei ihm ist halt ich meine bei ihm ist halt wirklich Klamotte nur Ästhetik weil er hat ja eh keinen Kratzer nee ich meinte äh der Scharfrichter braucht Korn einen Scharfrichter ja er benutzt ihn halt dafür also seine Aufgabe ist es einmal die Moral der Armee zu steigern die ganzen Bloodletter wenn sie ihn sehen auf einem Schlachtfeld erinnern sich daran was sie werden können wenn sie Korn beeindrucken ähm das ist ein gutes Beispiel in der Meritokratie wenn man ne wie in Amerika die Milliardäre die bringst du vor die Arbeiterklasse und sagst guck mal wenn du dich anstrengst vom Tellerwäscher ich wollte gerade sagen du musst nur genug abspülen Kollege oder bist du wieder Trump ja und dann zeigst du denen die ganzen Bloodlettern und du weißt ganz genau die meisten von denen werden einfach verrecken aber du kannst sagen hey guck mal da der Skulltaker der hat's geschafft leider von euch aber ja exakt der hat's geschafft ja der hat's geschafft und seine Aufgabe ist es die größten und mächtigsten Feinde des Gegners auszumachen und alles auf dem Weg dahin auszulöschen und dann diesen Feind zu köpfen und das hat er bis jetzt sehr gut hinbekommen er hat mehrere Warbosse getötet mehrere Grey Knights hat auf dem Gewissen äh und ein paar äldare Ex-Seichen also das ist das was in der Philosophie von Korn einem Assassinen am nächsten kommt bloß dass er nicht Assassine ist sondern auf dem Schlachtfeld steht guckt doch 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 er ist ein Assassine er ist ein Auftragsmörder aber auf dem Weg dahin ich glaub das ist das was du gerade beschreiben wolltest ja macht er eine Schneis der Verwüstung bis quasi er rangekommen ist exakt er tötet halt nicht unauffällig nein er tötet auch er tötet sich den Weg durch zu dir hin um dich zu töten ja ja super das ist das Korn Assassine Alter genau das ist seine Aufgabe und als er sein sein treues Rosskult-Tiran das ist auch die schöne Anekdote wie er das ausgewählt hat ist er einmal ausgebrochen aus dem Stall und hat so viele Bloodletter getötet dieser Juggernaut dass zwölf Herolde des Korn von diesen großen Muckitypen das festhalten mussten und dann hat er sich angeguckt und hat gedacht lasst es auf mich los und ich werde es zähmen und dann hat er alleine das Fickvieh das zwölf Herolde aufhalten mussten hat er quasi zu seiner Bitch gemacht und jetzt ist er das was Korn Alter ein cooler Typ den würde ich saugern mal gegen also den würde ich schon gern mal gegen so einen Asterion Moloch oder so einen Tiberius mal kämpfen sehen weil den Primarch schafft der nicht definitiv nicht sicher nicht aber so einen richtig krassen Astartes das würde ich gern mal sehen ja das wäre ein Matcher aber das muss halt auch so ein es darf jetzt nicht so ein so ein schönen Kämpfer sein das muss halt jemand sein der brutal reingeht und dem noch ein Headbutt gibt selbst wenn er halt bereits aufgespießt ist so ja so ein Held von den von den Space Wolves oder so das wäre bestimmt eine geile Keilerei oder besser noch für die für die poetische ähm Ironie ein Blangel ein Blood Angel ja man oh gibt's noch ah apropos also nicht Blatt Angel aber mir fällt gleich Korn hat doch auch noch diese Hunde ja hat er auch genau das sind die Bluthunde des Korn hier haben wir äh so einen so einen Mutterficker am Stissel ich wollte nur eine ganz kurze Anekdote über Juggernauts erzählen wo ein Exterminatus nötig war weil die Katachana aufgemischt haben was wird dem Irm nicht so gefallen aber wir können das auch überspringen ja du hey ich kann's akzeptieren wenn Imperiale Garde auf die Fresse kriegt das ist unser Ding ja das ist ihre Aufgabe ja man also ich bin Deathcore Kollege oh nein da ist einer gestorben äh hallo ihr kriegt das aufs Maul und dann kriegen wir Astartes den Ruhm das ist so das Ding genau also diese Rhinozerosse wie du vorhin beschrieben hast Irm die wurden mal von Korn auf so einem Dschungelplaneten losgelassen der stark befestigt war von katachanischen Einheiten ähm und die haben aber durch ihre Messingrüstung sag ich mal äh die Kugeln eher abprallen lassen und sind durch die Fallen im Dschungel einfach mal so durchmarschiert weil Sperrfallen und so aber die haben sich so viel Mühe gegeben im Basteln ja genau und dann haben sie äh ja haben sie da ein riesiges Chaos angerichtet wie so Wildschweine in so einer Suhle ähm bis dann irgendwann die Schreine erreicht wurden und die haben so ein Chaos in den heiligen Schreinen angerichtet dass irgendwie ein Riss im Warp entstanden ist so eine Dämoneninkursion entstanden ist eine größere deswegen musste danach ein Exterminatus stattfinden wegen diesen Rhinozerossen die einfach mal hohl gedreht sind auf so einem Planeten Sir yes sir was muss das muss was muss das muss Bluthunde ganz kurz fick dich grad selber ich geh jetzt mal in den Kühlschrank und hol mir eine kleine Dose Nuttendiesel und dann werde ich äh ich erzähl trotzdem weiter dem Scheiß hier einfach weiter beiwohnen ja genau ähm wir haben ja auch darüber gesprochen dass die Juggernauts zur natürlichen Ökologie und zum Ökosystem von Korns Reich zählen das ist bei den Bluthunden auch so Bluthunde werden aber klassischerweise nicht von Dämonen direkt kontrolliert die sind relativ eigen ja ähm die leben da in ihren knochigen Landen knabbern irgendwie an den Schädeln und an den Getöteten weil das sind ja Hunde also liegen so in ihrer Hundehütte kann ich mir vorstellen ähm werden aber systematisch in den Realraum gelassen um da die Scheiße loszutreten aber relativ unkontrolliert also wenn die auf dem Schlachtfeld auftreten ist das eigentlich auch keine kontrollierte Sache aber es ist ja auch sehr kornitisch keine Kontrolle zuzulassen ich hab mal gehört Pitbulls einfach loszulassen dass die vermehrt auf Feiglinge losgehen ja die können das riechen ähm die suchen sich schwache Gegner aus wie so Raptoren ähm und verfolgen die dann ähm gnadenlos also die lassen auch nicht ab wenn sie einen Feind gefunden haben dann wird der verfolgt weil die VR-Sozial du hast so ein Vieh an deinen Hacken und es ist irgendwie noch ein bisschen persönlich ja weil du bist einfach anscheinend das leichteste Opfer gewesen das ist auch so ein Ding was ich schwierig finde weil wir haben es hier mit Clara wir haben es hier nicht mit Feigheit zu tun das ist falsch die Schwachen sollen ja gejagt werden nach Korn dann passt es eigentlich schon wieder ins Bild also jetzt hier mal ein philosophischer Take vielleicht ist das auch Korns Art zu sagen komm beweis mir dass ich mich irre und mach den Hund kalt genau du hast ja eine Chance zu übernehmen also der Hund denkt du bist ein Weichei ich denke du bist ein Weichei das ganze Universum denkst du bist ein Weichei und Schwach dann ändere was dran genau dann mach doch mal was dann trau dich doch ähm ja genau deswegen kann man schon sehen dass es sehr Kornitisch ist weil nie damit den Schwachen klassisch ganz logisch ähm aber es ist auch schon ein bisschen feige irgendwie ne vor allem dann so eine tödliche Drohne die einfach nicht aufhört ich weiß nicht ob ihr die Black Mirror Folge gesehen habt mit diesem mechanischen das steht uns dermaßen bevor ich geb uns noch 20 Jahre höchstens aber du hast die Folge gesehen ne so kann man sich diese Bluthunde vorstellen die hören einfach nicht auf die gehen einfach weiter bis sie tot sind ähm genau und deswegen sind die auch total toll auf einem Schlachtfeld zu haben weil die dieses Chaos äh das Korn einfach verkörpern auf so einem Schlachtfeld dann die die brechen jede Schlachtenreihe auseinander kann man mal machen genau und die kommen halt eben in den Tausenden in dem Reich von Korn vor also das sind wirklich die sind in einer gigantischen Anzahl vorhanden deswegen kann man da einfach einen Riss irgendwo äh entstehen lassen und dann stürmen die schon von automatisch raus weil die das dann riechen dass da ein Schlachtfeld vorsteht ja der Knackpunkt ist der Riss na also nicht nicht der Vorrat an an Kanonenfutter etc weil ja klar der Riss die Hündchen die brauchst du die werden die werden zu Millionen in der Galaxie werden die verheizt gibt's naja gerade Gewee und Zahlen ist aber gibt's da nicht auch so ein Vieh mit drei Köppen das ist Karanak das ist der da das ist das ist der Zerberwurst Alter das ist so ein Abklatsch genau Karanak Karanak genau Karanak ist Korns persönliches Haustier wir haben es vorhin darüber gehabt dass er einen Schoßhund hat muss ich so ein bisschen schmunzeln weil er hat halt tatsächlich einen Schoßhund wie Angron der hatte auch einen Schoßhund das ist sein Hund ja Karanak ist Korns Schoßhund ähm und dieser sitzt an Korns Seite und wird von Korn verwendet um ähm Ziele gezielt auszuschalten weil Karanak wird ein Ziel auch über verschiedene Dimensionen von Warp zu Realraum und zurück weiter verfolgen bis das Ziel tot ist ist auch der einzige der Bluthunde der tatsächlich in der Messing Zitadelle sein darf am Fuße von Korn ja weil der nicht auf den Teppich pisst genau und der ist eben diese Waffe von Korn weil er wirklich einen Motherfucker definitiv tot sehen will und das muss auch wirklich geschehen dann schickt er Karanak und dann dauert es zwar ein bisschen bis das klappt weil ich meine wie soll der Hund denn schnell sich fortbewegen deswegen verstehe ich die Logik dahinter noch nicht so ganz wie der planetenweit irgendwelche Leute folgen soll naja es ist ja ein Dämon das heißt er ist ans Immaterium gebunden das heißt er kann hin und her spawnen und so klingt das auch ein bisschen dass er das vielleicht intuitiv lenkt und gerade Elder und Co können ja da wirklich echt weit hüpfen ja das das passt schon und es ist ein Dämon ganz ehrlich wenn du willst schreib eine Story auf dem Planeten wo man wo irgendjemand sich mit dem Vieh übelst Box am Ende im Raumschiff sitzt und dann in so einem dunklen Hangar und dann guckt er in die Dunkelheit und fragst du dann wie der da hingekommen ist nein es ist ein Dämon scheiß drauf Dämonen existieren zuallererst mal im Immaterium und dann können sie entweder sich selbst relativ selten oder durch die Hilfe von materiellen Akteuren wie zum Beispiel Hexern mit krassen Ritualen ins Materium reingeholt werden und ja also das ist generell die Möglichkeit zu reisen für solche Entitäten also brauchen wir eigentlich keine weiterführende Erklärung wie er das jetzt genau macht der macht das er findet ein Buch und braucht natürlich 10 oder 100 mal so viele Opfer wie auf einem Menschenplaneten aber er kriegt 10 boom hast du deinen fucking dreiköpfigen Kornhund der genau da ist wo er hin will weil da hat er einen Job zu erledigen und da muss er ihn töten exakt und dann kommt er wieder zurück und entspannt sich wieder an den Füßen von seinem Papa ja und der dumme Beschwörungsassi hat keinen Plan das ist der Erste der seinen Schädel abgerissen kriegt genau die Fleischhunde werden aber auch für das alljährliche Karnevalsfest in Kornsreich verwendet dieses Fest wird als der Herrscher des Schlachtens bezeichnet das ist ein Ritual jetzt mal da wird eine mächtige Klinge ein Dämonenschwert namens Kartot der Bluthunger wird in einem der Fleischhunde versteckt es sind ja unzählige Fleischhunde in dem Reich habe ich ja schon erzählt und in einem von denen ist eben diese Dämonenklinge die Materie und Zeit zerschneiden kann so ein bisschen eine kleine Version von dem was Korn selbst hat als Schwert die Aufgabe der Legion des Korn der ganzen Dämonen ist es nun auf die Jagd nach den Fleischhunden zu gehen und dieses Schwert zu finden auf dem Weg dahin schlachten sie sich natürlich auch gegenseitig sehr großzügig ab deswegen wird das auch eben als der Herrscher des Schlachtens bezeichnet weil Korn will ja nicht dass ein Feigling das Schwert findet und gewinnt sondern der soll sich auch schön ins Getümmel schmeißen also es ist einfach ein riesiges Schlachtfeld wo Bluthunde und andere Dämonen einfach getötet werden auf der Suche nach diesem Schwert was in einem Hund das finde ich total geil das ist einfach fucking Loot mega das ist wirklich MMORPG Loot genau wer es schafft den Fleischhund zu erledigen indem eben diese Waffe versteckt ist der wird der Herrscher des Schlachtens und bekommt diese Waffe und jetzt kommt diese Waffe verleiht ihm extreme Macht und eben die Fähigkeit gewisse Risse ins Raumzeit Kontinuum zu reißen was sehr sehr krass ist aber wenn das Ritual wieder beginnt dann verfüttert Korn ihn an einen Bluthund und in diesem Bluthund befindet sich dann das Schwert wieder das heißt der vorherige Träger wird kurz vor dem nächsten Ritual dann wieder verfüttert und so beginnt ist das Recycling oder Upcycling oder Recycling es wird ja keine Qualität erzeugt du hast recht also das exakt dasselbe vorher dann genau das ist ein ein lustiges Karnevalsfest sag ich jetzt mal das im Reich des Korn auch immer gerne mal stattfindet ich stelle mir das gerne so vor dass es immer so in der zweiten Juliwoche ist standardmäßig einfach dass er das dann so macht also ich müsste da wirklich mal was los werden und zwar für jemanden der so angeblich mal so stumpf ist hat Korn A eine Menge Hobbys und B ist er meiner Meinung nach recht kreativ oder ja eigentlich schon jetzt würde ich aber mal verweisen ihr habt ja auch Sachen vorbereitet für diese Folge oder niemals was niemand hat was vorbereitet wir sind schon zwei Stunden drin wir haben keinen Bock mehr wir wollen nach Hause ja ich sitze jetzt zu Hause ne ja wir haben ja ein bisschen was vorbereitet kurz zu der Erklärung falls jetzt du gerade vollkommen neu in diesem Projekt bist das läuft immer so einer von uns erzählt die Geschichte eines Gottes seiner Wahl oder was da so abging und jo die anderen haben noch so Facts dabei also zum Beispiel Irm redet über das Tabletop ich hab die Kategorie Why is it epic Max hat ja irgendwas lustiges und Java hat normalerweise eine absolut wahren Kanon aber heute war er ja sowieso dran also was soll's und ich hab normalerweise X-Faktor das Unfassbare aber das hab ich für die nächsten beiden Folgen er hat uns eh schon den wahren Kanon erzählt und man muss ja auch sagen der absolut wahre äh falls jetzt irgendwer schreit aber was ist denn mit den World Eaters es ging ja auch um Korn ja äh World Eaters sind glaube ich nochmal ein ganz eigenes Thema kurz um Dämonen Space Marines des Korn die Typen in Rot sauer Ketten-Eckster aufs Maul richtig und aber man muss dazu auch sagen ähm wenn ihr irgendwo eine Korn-Invasion oder irgendwas habt eventuell ist da eine äh Bande World Eaters dabei aber das ist halt wie im Imperium die Space Marines sind halt fucking selten ja also klar ist das eine Legion die an Korn gefallen ist aber trotzdem auf das große Ganze bezogen so viele gibt's von denen nicht und außerdem muss man noch sagen dass die aktuell damit beschäftigt sind ihrem Primarchen wieder hinterher zu rennen Daddy notice me na wie immer äh ja wie immer Irm wenn du wie immer sagst dann äh apropos Primarch ja ähm wollen wir die Tabletop Sektion starten na dann los bitte bitte okay ich fang aber nicht mit dem Primarchen an es gibt ganz andere interessante Sachen die auf dem Tabletop abgehen wenn man sich Korn zu äh spricht und zwar haben wir einmal ähm so eine Army Rule ich rede bewusst jetzt nicht über die ähm lustigen na wie heißen sie World Eaters ja über die so viel erzählt und geschrieben wird sondern tatsächlich Korn Dämonen oder wie das Keyword heißt das Schlüsselwort Korns Legiones Daimonica ähm ähm wir haben einmal äh die coole Fähigkeit Verzeihung Schatten des Chaos Schatten des Chaos wirkt erstmal wenn du Korn Dämonen spielst in deiner Deployment Zone ne in deiner Aufstellungszone ähm das hat den Effekt Dämonische Manifestation plus eins auf Battleshock Tests ja was ist Battleshock nochmal auf Deutsch weiß das gerade jemand das ist der das ist der neue Moraltest ja ähm wenn der bestanden ist dann kriegst du drei Wunden regeneriert von der entsprechenden Einheit alter oder ähm W3 äh Battle Line Einheiten kehren zurück das wären in dem Fall die Bloodletters ja wie heißt die nochmal auf Deutsch ah ja äh 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 die Zerschmetterer echt nee 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 aber also Zerfleischer Zerfleischer die ganz die kleinen Bastarde ja exakt darum geht's ähm für den Gegner ich hab auch Schwierigkeiten mit den deutschen Namen innerhalb des Schatten des Chaos gilt für den Gegner ein minus eins gegnerischer Battleshock Test ja also die kriegen einfach einen Malus von eins und wenn der scheitert kriegen sie drei tödliche Wunden auf die Einheit alter dieser äh Schatten des Chaos der wirkt einfach nicht einfach nur auf deine ähm Aufstellungszone der verändert sich je nachdem wie du das Schlachtfeld kontrollierst zum Positiven wie auch zum Negativen du kannst auch Schatten des Chaos verlieren das ist auf jeden Fall ähm das typisch typisch Chaos Dämonen ja das ist einfach äh richtig geiles Gimmick das ähm für mich die Lore mit diesem Übernatürlichen und der Chaos Inkursion sehr gut darstellt auf dem Tabletop des Weiteren äh heißt es im Korn Index äh generell ich möchte wirklich jetzt nicht hier anfangen das Tabletop für Korn zu erklären dafür haben wir nicht die Zeit und ich nicht die Kompetenz äh da müsste ich jemanden wie meinen äh guten Freund Pescher aus Bern äh rekrutieren der mich schon öfter mit äh fucking Korn vermöbelt hat nein im Korn Index können wir uns einfach nur merken es ist sehr nahkampforientiert wer hätte es gedacht ja bis auf eine Einheit nämlich die Skull Cannon weil seien wir ehrlich jede Armee braucht ein bisschen Artillerie ja und die Skull Cannon die äh hat ja ich sag mal für Korn anständige Fernkampfwerte also kein Vergleich mit Tau aber wenn die trifft Alter dann gibt es automatische Battleshock Tests also wieder Moraltests beim Gegner das ist schon mal nice ja Special Rules Spezialregeln bei Korn Dämonen sind super sexy also wir haben einmal Rage Embodied also verkörperte Rage verkörperte Zorn Raserei geil ich weiß nicht wie das auf Deutsch übersetzt wurde deswegen bringe ich gerade diese freien Übersetzungen mit der Schrotflintentaktik das ist eine Aura und diese Aura gibt plus 1 Attacken äh für Einheiten der Korns Legiones Daimonica innerhalb von 6 Zoll der Einheit die Rage Embodied diese Aura hat zum Beispiel Skabrand also wenn ja wenn du wenn du Dudes hast die innerhalb von 6 Zoll von Skabrand sind kriegen die plus 1 auf ihre Attacken ah ja krass beziehungsweise eine Extraattacke verzeihung so Mordlust ist auch eine geile Special Rule also Mordlust ähm hab ich's direkt übersetzt weiß der Diable auf jeden Fall heißt es hier beim Versuch sich zurückzuziehen gibt es einen Battleshock Test und zwar egal ob freundlich oder feindlich ja innerhalb von 6 Zoll der Einheit die Mordlust als Aura hat gilt bei dem Versuch sich zurückzuziehen gibt's einen Battleshock Test und wenn der scheitert kannst du dich nicht zurückziehen das gilt für das ist so cornisch das gilt für deine corn dudes aber auch für deine für deinen Gegner niemand geht nach Hause bis die niemand steht hier auf bis das Essen aufgegessen ist exakt die Kneipenschlägerei geht weiter und wehe jemand zieht eine Knarre nur Baseballschläge erlaubt sprich wie aus Erfahrung großartig alternativ kann man auch den Hals der Flasche nehmen und am Tisch zertrümmern da hat man ja da hast du deine da hast du deine Narbe an der Hand her was was sagst du denn jetzt schon wieder für wahnsinnige Sachen als ob ich jemals geschickt abgerollt wäre es gibt einen kleinen Geheimtipp für den ich absolut keine Haftung übernehme weil ich ein Idiot bin jeder der gegen mich beim Tabletop antreten durfte vor allem in Bern in der Zwergenschmiede weiß ich hab keinen Plan von dem Scheiß aber es wird gemunkelt dass der Soulgrinder eine ziemlich gute Wahl ist aktuell für Dämonen des Korn gerade für große Jungs also gegen große Jungs beim Gegner der kriegt nämlich die Extrawaffe Torrent of Burning Blood also Flut brennenden Blutes frei übersetzt Torrent ist ja mittlerweile die Fähigkeit die früher Flamer war ja das heißt du wirfst gar nicht auf Treffer du wirfst direkt auf Attacken und ja also das finde ich krass weil früher war der Skullgrinder eigentlich nur so ein der ist cool der sieht geil aus ist voll Schrott kostet halt arschvieh Punkte und ist halt meistens sehr schnell weg mittlerweile hat der eine gute ähm Tabletop-Ökonomie kostet vielleicht hier nochmal kurz anzumerken wir waren jetzt nicht in der Lage wirklich jede scheiß Einheit zu erklären die was mit Korn zu tun hat Skullgrinder ein riesiger Space Marine auf Testosteron ich rede vom Soulgrinder ach fuck der Soulgrinder ist ja der das ist der das ist der übergreifende der hat für jeden Chaosgott eine andere Zusatzwaffe stimmt dann ist der andere immer noch scheiße wahrscheinlich ja kann sein aber wir reden vom Seelen Zermaler ja Soulgrinder Zermalmer ja Zermalmer dankeschön und der hat eben seinen Torrent of Burning Blood ja Strom brennenden Blutes und vor allem kann der das Tankshock Strategien benutzen oder das Redition benutzen W6 Nahkampfattacken nach einem Charge für jeden Stärkepunkt einer Nahkampfwaffe unserer Wahl bei 5 plus gibt es eine tödliche Wunde mit bis zu sechs tödlichen Wunden insgesamt das ist enorm weil der Typ hat eine Eienklaue also eine Eisenklaue eine Warpklaue und ein Warpschwert kannst du die aussuchen alter was gerade geil kommt auf den Typen den du niederknüppeln willst mit dem Stratagem und seiner Fernkampf Waffe die wahrscheinlich ich bin in der Zehnten noch nicht so geübt aber ich glaube Torrent Weapons kannst du auch im Nahkampf verwenden ist einfach gestört und natürlich wir müssen ihn erwähnen Angron ja ja klar ich werde jetzt nicht das Datasheet von Angron erzählen oder erklären dafür haben wir nicht die Zeit aber es gibt Assi geiles Gimmick bei Angron Reborn in Blood Wiedergeboren in Blut jedes Mal wenn du einen Segen des Korns Wurf machst falls dieses Modell zerstört wird kannst du you can use a triple six from that roll to use this ability also kannst du dreifach ein Sechser dieses Wurfes benutzen für diese Fähigkeit was auch immer das heißen soll und wenn du das machst ist dieses Modell nicht mehr zerstört und kann in die Reserven zurückgebracht werden mit all seinen Wunden also wieder der Typ kommt einfach zurück das ist halt das aus der Lore dass die den immer wieder kaputt schießen das wird ja so oft beschrieben in das Heech of Terra trotzdem ein Panzer in die Fresse und der wird komplett zerlegt sanguinos killt ihn im Kampf bestimmt dreimal bis er ihn dann endgültig erledigt ja also ja also was was der was der blessings of corn roll mechanisch bedeutet weiß ich jetzt nicht aber offenbar passiert es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dass du drei Sechser daraus resultieren hast und dann kommt der Bastard einfach mit all seinen Wunden zurück das ist echt heftig man Angron ist aktuell in der Zehnten Eddie abgesehen davon dass er ein fucking nicest Model gekriegt hat ist er jetzt halt einfach der ja okay ich ziehe jetzt asozial das Feuer von deiner Armee aber schauen wir mal vielleicht bin ich gleich wieder da das das hat für mich so ein bisschen Morty Vibes das Ding ist einfach an ihm er hat auch den höchsten Guardsman Counter wenn ihr das kennt ja genau es gibt den Guardsman Counter für Chaos Primarschen das ist so ein Gag in der Tabletop Welt der wurde bis vor kurzem von Mortarion glaube ich gehalten ja ja ich verzehe mich gerade ständig dann kommt Fulgrim ja der aktuelle der aktuelle Champion ist Angron Angron hat aktuell den höchsten Guardsman Counter was heißt das liebe Zuhörer ganz einfach mit einer Attacke so viele hypothetische Astra Militarum Einheiten Fußleute wie möglich plätten aber Fulgrim ist tatsächlich nur ein Witz in dem Sinne weil er ja noch gar keine 40k Regeln hat also kannst du das nur auf 30k anwenden in 40k führt das Angron unbestritten an und dann hinter kommt Mortarion aber der Unterschied ist echt krass ja safety ja definitiv ja aber das siehst er ist ja witzig ich meine da kannst du kannst du ja uns vielleicht irgendwann auch mal erzählen wie so Martarion auf dem Schlachtfeld vielleicht funktioniert er ist asozial das machen wir der Nurgle-Folge definitiv ich hatte schon öfter in der neunten Eddie das Vergnügen in der zehnten noch nicht so viel Grundwerte Grundwerte von Angron einfach nur für die Tabletop-Nerds also 14 Zoll Bewegung Toughness 11 ein Save von 2 plus 16 Wunden hat der Knecht what the fuck ja der hat ein Leadership Wert von 5 plus und Objective Control von 6 ist halt ein Primarch ja logisch darf er ja muss er erstmal also ganz ehrlich wenn der wenn du dringend musst und der Typ hockt auf dem Scheißhaus und seilt ab versuch den runter zu kicken viel Spaß ah alter ja das war die Sektion Tabletop ich danke für eure Aufmerksamkeit yay Applaus Applaus Dankeschön Dankeschön Klopf Klopf genau gut dann würde ich mit einem kleinen lustigen Schmanker dazwischen grätschen was meinst du Julian ja passt unbedingt zuerst na passt doch perfekt zu Angeron ok wir hatten ja vorhin schon mal drüber geredet dass Angeron mittlerweile nicht mehr gebannt werden kann und ich das ziemlich witzig finde mit den verschiedenen Tagen aber ich hab noch was zweites lustiges und zwar mittlerweile hat der Mann wieder zwei Waffen und zwar einmal eine Axt und ein Schwert und die Hintergrundgeschichte von beiden ist ziemlich witzig also witzig was heißt witzig die Hintergrundgeschichte der Axt ist halt einfach so richtig Korn mäßig und zwar wurde die auf einer Verräterforge Welt also so einer Schmiedewelt geschmiedet und musst dir vorstellen da haben Dutzende wenn nicht gar Hunderte Dämonenschmiede Jahrzehnte lang dran gearbeitet ja also ewig lange wurde daran gearbeitet dass dieses Teil wirklich perfekt ist und willst du mir sagen dass das so ein Muckefuck ist von dieses dunkle Mechanikum da ja ja genau genau und ja die war dann fertig dann hat man die Angron übergeben und das erste was der Mann gemacht hat war halt dieses Ding auszuprobieren ja und ja was man so macht also klar und ja dummerweise war halt das einzige an dem er sie ausprobieren konnte direkt die Schmiede von dem er die Axt gerade bekommen hat also hat er erstmal die komplette Schmiede auseinander genommen oh yeah das ist so typisch Korn Alter und das Schwert das kommt besser das Schwert ist großartig das Schwert das er aktuell hat er hatte vorher ein anderes das wurde ja aus verschiedenen also ein Arsch voll Seelen geschmiedet aber dieses Schwert hat er selber gemacht und zwar und zwar hat er wohnte er einem Gladiatorenkampf bei und in diesem Gladiatorenkampf hat ein Slanesh Dämon mitgemacht also so ein Dämonet ne und die hat wohl war wohl ziemlich extravagant und hat sich so ein bisschen profiliert in der Arena so nachdem guckt mal mich an hier wie halt Slanesh Dämonen halt sind und das fand er nicht geil also hat er sich einfach so eine Eisenstange genommen die irgendwo rum lag und hat damit die Scheiße aus diesem Dämonen rausgeprügelt oh man und während er diesen Dämonen verprügelt hat hat er aus dieser Dämonen also aus dieser aus dieser aus dieser Metallstange quasi hat er den Dämon als Amboss benutzt und naja er hat halt nicht auf die Eisenstange draufgeschlagen sondern die Eisenstange auf seinen dämonischen Amboss draufgekloppt dann hat er dabei bei dieser Aktion aus dieser Eisenstange ein Schwert geschmiedet lol mit dem Dämon als Amboss mit dem Dämon als Amboss und Hammer gleichzeitig lieber alles daran das ist so dämlich das ist so over the top 40k dass es einerseits geil ist auf der anderen Seite mega fucking dämlich Max da hast du absolut recht das ist absolut dämlich aber ich ich liebe es ich meine guck mal deine Kategorie war why is it stupid und deswegen da bitte ja großartig Mensch ja gut ich habe wunderschön ein kleiner Lacher zwischendurch und jetzt darf Julian wieder ja weil es awesome ist ja why is it epic ist ja bei Korn finde ich gar nicht mal so einfach zu beantworten ich habe echt lang überlegt was ich da nehme ob ich mich jetzt auf den Kampf von Sanguinius beziehe gegen Kambanda oder gegen Angron vor den Toren es gibt so die Korn Invasion von Terra oder allein den Kampf von Pakustodes gegen so einen einzelnen Blattfürster wo sie halt fast drauf gehen zusammen mit Grey Knights du sagst es ja schon why is it epic Antwort lautet ja ja aber es gibt eine Sache die ich echt noch ein bisschen geiler fand und das ist eigentlich der aktuelle Klimax der Beziehung des der persönlichen des persönlichen Dämmer uns der Blood Angels nämlich Kambanda und den Tyraniden was mache ich da aber passt auf kurzer Ausflug in die Geschichte Kambanda und das finde ich so geil an seiner Story Kambanda versucht die Blood Angels zu verführen aber im Gegensatz zu anderen Dämonen oder so Rivalitäten macht er daraus nichts Persönliches mit Sanguinius der will die Blood Angels haben wenn er Sanguinius dabei kriegt schön wenn ihm im Weg steht eigentlich scheißegal unter anderem verkackt er einmal und wird dann auf Terra gespawnt und hat glaube ich die Aufgabe entweder 88 oder 888 Blood Angels zu erschlagen damit er wieder in Kornsgrund steigt Spoiler klappt nicht nun ja und er versucht es immer mal wieder unter anderem als die Schwarmflotte der Tyraniden mit dem klangvollen Namen ja welche war das jetzt verdammt ach das ist davor Katas du kannst auch einfach fragen wie viel Streifen hatte die Leviathan Leviathan oh ja die kennt man gut als Leviathan sich auf den Weg macht Baal zu erledigen spawnt der 99 999 M41 kloppt sich erstmal mit dem Sangunior 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 ach man mit diesem Engel der Blood Angels halt auf Kartas Sanguinior Sanguinior wisst ihr was das für ein Ding ist oder seid ihr komplett blind bei dem Teil ne das ist doch ein Avatar vom Primarschen im Grunde belassen wir es dabei das fasst das ganz gut zusammen ist ein bisschen tiefer natürlich ist nur die Hälfte von ihm aber ja genau die hauen sich auf die Fresse wobei er recht knapp verliert ich find's geil weil das Wort heißt eigentlich Bluter und jedenfalls wird dann Baal von den Tyraniden angegriffen und es läuft ziemlich bescheiden für die Söhne der 9. Legion also man muss ja auch wirklich sagen 9. Legion weil Baal ruft um Hilfe ruft alle Nachfolgeorden und läuft nicht so gut also läuft gar nicht gut das ganze System wird zerlegt und Bal Primus oder wie der Hauptplanet heißt ja alle ziehen sich zurück und es ist richtig übel und es gibt allein auf Baals Boden genug Tyraniden um alle Blood Angels samt Nachfolgeorden aufzuessen und sie fressen sogar man muss dazu wissen Baal ist sehr hoch ähm hier Mensch Atombombe Abwurst bam nuklear verseucht und die fressen selbst die nuklear verseuchte ähm Wüste auf läuft richtig toll und ja man muss dazu sagen wie gesagt nur außerhalb der Feld also es sind allein auf Baal sind genug um alle auszulöschen aber es sind ja noch weniger am Start und die ziehen sich immer weiter in ihre Ordensfestung zurück was so ein Riesenteil ist halt fast wie der Imperiale Palast und es gibt halt diesen Mond Baal Sekundus und auf Baal Sekundus sind auch bereits alle Verteidiger tot und auf dem Höhepunkt dieser Schlacht bam gibt es das Noctis Aeterma das heißt die große Dunkelheit kommt über der Galaxis der große Ewige Nacht wortwörtlich genau und das Astronomikon schweigt oder als Licht wieder angeht ihr habt es auf Baal noch Tyraniden ist klar aber die Schwarmflotte Leviathan ist weg und auf und auf Baal Sekundus ist ein riesiges dämonisches Zeichen aus Abertausenden Tyranidenschädeln und es ist das Zeichen von Kabanda denn niemand niemand wird die Söhne des Sanguinius vernichten oder auf ihre Seite ziehen außer ihm das heißt Kabanda ist den Blood Angels zu Hilfe geeint mit einer Kornarmee und hat die Schwarmflotte Leviathan von hinten aufgeräumt und das finde ich einfach nur absolut genial mega geil weil der so Bock auf die Buben hat alter ja das ist deine persönliche Vendetta mhm klar war konnte gerade nicht fassen oder wie ja weil das krasse ist ja wir reden die ganze Zeit darüber dass Tyraniden am Ende gewinnen werden und die Galaxie übernehmen werden und so aber so schnell kann es gehen dass mal so eine Schwarmflotte einfach aufgeraucht natürlich kann man jetzt wieder ansagen ja das war nur eine Splitterflotte das ist nur der erste es ist nur der kleine Finger von der ganzen Hand aber trotzdem ist schon recht heftig ja das ist ein heftiger Eingriff in den Realraum man ja vor allen Dingen stelle ich mir das so vor das Portal geht auf und da kommt so ein wütender Kabann da raus und brüht wenn einer die nieder macht dann bin ich das ne man haut mit so seiner riesigen Axt ein für in das Mutterschiff rein für mich so ein Klappstuhl und knallt von hinten die Nornkönig drum oh my god that Nornqueen has a family ja ne große stop that not anymore oh mein god damn neil story Julian ernsthaft cool danke danke gut dann sind wir jetzt wieder am Ende was meint ihr zu Korn als Abschlussfrage stabiler geiler geil wichser stabiler typ sag ich also geiler typ was du bestellst kriegst du das ist ein ganz krasser kontrast zu cinch unserer ersten folge du weißt was dich erwartet du weißt worauf du zählen kannst du weißt was du nicht erwarten musst brauche ich nicht im Exzess in meinem Leben aber ist überschaubar also drei von fünf Essiggurken für Korn ich würde einfach sagen stumpf ist Trumpf aber und das muss ich echt sagen und so den Großteil wusste ich schon jeden irgendwann mal gelesen aber der Typ ist kreativer als ich dachte das gebe ich ihm Blut für den Blut Gott Schädel für den Schädel Thron acht von fünf malen das Korn von mir und in dem Sinne Leute würde ich jetzt einfach sagen bis nächste Woche Hyder Dominators und Tschüss Richtig Hyder Dominators Bis nächstes Mal wenn es wieder heißt Halbdus Inepris Der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss Unterstützt uns mit Taschengeld Ciao Tata